Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Ein Cast, sie zu knechten, ins Ohr zu treiben und ewig zu wünschen. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Game of Nerds, dem Fantasy-Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael. Herzlich Willkommen zu Game of Nerds, eurem Fantasy-Podcast hier bei nerdizismus.de, in dem wir regelmäßig über Rings of Power, House of the Dragon, Game of Thrones und andere, ja, wie soll man sagen, andere Dinge reden, die mir gerade nicht einfallen. Mein Name ist Chris und mit mir dabei Silmarilli und Michael, ich grüße dich. Hallihallo. Ja. Ich habe lange nicht mehr Hallihallo gesagt, deshalb fange ich mal mit Hallihallo wieder an. Ist das so? Ja, ich habe eine ganze Zeit lang wirklich immer Hallihallo gesagt. Ja, ich weiß. Das ist mir irgendwann aufgefallen und dann habe ich aufgehört. Aber warum? Man braucht doch immer so einen Signature-Move am Anfang. Ich weiß. That's the way the cookie crumbles, ne? Ja. Ja, genau. Jetzt hast du deinen Signature-Move eine Weile verraten. Bei mir ist es gar nicht aufgefallen. Ist euch das da draußen aufgefallen, liebe Hörer? Schreibt es doch mal. Ja, wir sind wieder da, um das Finale von Ringe der Macht oder wie ich es inzwischen nenne, Ringe der Nacht zu sprechen. Denn, ja, man hat irgendwas gehört und ab und zu auch was gesehen. Wir werden drüber sprechen. Und bevor wir darüber sprechen, Michael, jetzt ist ja Ringe der Nacht vorbei, aber nicht bei uns. Bei uns geht es ja weiter. Ja, bei uns geht es mit ganz vielen Sachen weiter. Ihr habt zum Beispiel letztens Daryl Dixon die Season 2 gespielt. Wie hieß das nochmal? Besprochen, The Walking Dead, Daryl Dixon, The Book of Carol, sowie Highschool Musical, The Musical, The TV Series, so ungefähr. Aber das findet ihr alles auf nerdizismus.de, denn da sind alle Dinge, die wir bisher besprochen und eingesprochen und geschrieben und aufgenommen haben. Sei es irgendwelche Jedi-Nerd-Star-Wars-Sachen, sei es Star Trek und, 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 und. Viel dabei. Das Wichtigste, wenn ihr auf nerdizismus.de geht, neben den Dingen, die wir produzieren, ist der große Feedback-Button. Denn da klickt ihr drauf, da kommt ein kleines Fenster und da könnt ihr uns als Feedback über WhatsApp schreiben, an die 01525-964-7709, gerne auch als Sprachnachricht. Ihr könnt ganz klassisch an die Info at nerdizismus.de per Mail schreiben oder ihr diskutiert fleißig mit uns auf Discord unter nerdizismus.de slash Discord. Und wie immer super wichtig sind auch Bewertungen bei Spotify, da könnt ihr Sterne vergeben, da könnt ihr aber auch Kommentare schreiben. Ihr könnt das bei Podcast Addict machen und bei Pocket Cast kann man inzwischen auch bewerten und Bewertungen schreiben und Sterne vergeben. Also von daher haut da fleißig in die Tasten, denn das ist sehr wichtig, weil wenn so eine Show wie unsere regelmäßig Sterne und Bewertungen kriegt, dann wird die in den Algorithmen bei den Podcast Charts nämlich besser gerankt und höher angezeigt. Und dann stolpern noch viel fair mehr Menschen über den wahren Nerdizismus und das kann ja eigentlich nur in unser aller Sinne sein. Und natürlich würden wir uns freuen, wenn wir euch sehen am 31.12. zu Halloween, zu Nerdy Christmas The Show mit Eden Craft, der fantastischen Cosplayerin, als Gast. Und im Anschluss gibt es noch eine Halloween Party mit uns. Also was will man mehr? Das Ganze kostet schlappe 20 Euro. Das Ganze findet ihr auf rabbithole-theater.de slash nerdychrismus oder einfach auch so aufs Rabbithole-theater. Das Ganze ist in Essen. Aber Vorsicht, es gibt wirklich nur wenige Plätze. Also da gehen 30 Leute rein. Wenn wir stopfen, gehen da 40 rein, ja. Also haltet euch ran. Wir wollen euch auf jeden Fall da sehen. Wir wollen mit euch eine Party machen. Und ich habe gehört, es gibt auch einen Groupon-Deal. Also einfach mal nerdychrismus und Groupon googeln. Da bekommt man dann auch einen Freigetränk und es kostet nur 15 Euro Eintritt oder irgendwie so ein Kram. Also Show plus Party an Halloween in Essen. Wenn das nix ist, weiß ich auch nicht. Was auf jeden Fall nix ist, ist das Finale von Rings of Power. Da werden wir gleich drüber sprechen. Oh, jetzt kommt schon wieder. Die hassen die Serie so. Da werden wir drüber reden. Wir haben aber auch ein bisschen Feedback gekriegt. Und das ist natürlich jetzt wieder Zeit, in die Feedback-Ecke zu springen. Und das wollen wir doch an der Stelle tun. Und wie es schon gute Tradition ist, hat uns auch die Judith mal wieder eine Sprachnachricht geschickt. Und ich finde, da hören wir einfach mal rein. Hallo, liebe Dänizisten. Nachdem ich die letzten Folgen Rings of Power gesehen habe, noch mit eurem letzten Podcast im Ohr, sehe ich jetzt schon so ein bisschen, woher eure Kritik kommt. Dem vermenschlichen, von nichtmenschlichen Charakteren und unsympathischen Protagonisten stimme ich auch zu. Irgendwie, da scheint hier so ein Dilemma vorzulegen. Damit uns die Charaktere sympathisch erscheinen, müssten es halt irgendwie menschlicher sein. Grinsen, stolpern und vor allem Galateria braucht halt auch mehr als diesen einen Drive Sorrent zu zerstören. Sam, Kamte war halt immer unser Held, weil er nur das Ownland retten wollte. Das war für uns so nachvollziehbar. Und Elrond in den Filmen, wenn man ehrlich ist, das war auch kein Sympathieträger. Der ist immer über allem geschwebt. Und Elrond in der ersten Staffel, der war sympathisch. Der hat so eine Neugierde gehabt, so einen Humor. Aber das hat natürlich letztendlich wieder menschlicher gemacht. Daher, finde ich, ist das Ganze wie so ein Uncanny Valley. Da sie das nicht ganz hinkriegen, sympathische Charaktere zu schaffen, weil sie dann ein bisschen vermenschlichen müssen. Aber wenn sie das tun, dann schaffen sie das nicht weit genug. Und da haben wir halt einfach Protagonisten, mit denen wir uns nicht wirklich identifizieren können. Was das Verschwimmen von Gut und Böse angeht, also ich finde es eigentlich ganz gut, dass die Autoren das versucht haben, den Orks eine Sozialstruktur zu geben, die auch liebevolle Beziehung zulassen kann. Ich hätte mich aber gefreut, wenn die daraus mehr gemacht hätten. Weil gerade diese Klischees, die die strikte Gut-Böse-Einteilung sind, aber sind halt der Grund, warum ich keine Fantasy-Bücher mehr in die Hand nehmen kann, ohne komplett gelangweilt zu sein. Stört mich schon tierisch mittlerweile. Und zu den letzten zwei Folgen, kurz drei Dinge. Sauron zunächst mal, ja, Entfernungen. Ich meine, Sauron ist mal kurz zu Katsadum rüber, aufs Seebike geschwommen oder fährt eine S-Bahn oder so, ich weiß auch nicht. Die Zeitblase, in der Celebrimbo gefangen gehalten hat, das fand ich eigentlich eine ganz coole Idee. Ich habe mich nur halt am Ende gefragt, ob Celebrimbo wirklich gedacht hat, dass er Sauron mit einer Handvoll Elben verschnageln kann. Also eigentlich sollte jedem klar sein, dass es nicht funktioniert. Dass diese Elbe gestorben ist, das fand ich schockierend, muss ich sagen. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ja, zweite Sache, der Kuss. Oh, gruselig. Nee, ah, ah, danke. Drittens noch, das war mein Highlight, Celebrimbers begegnen mit der Maus. Die Maus, die da rüber gehuscht ist und er so, hello, Mr. Maus. Da ging mir das Herz auf. Das war, ha, ein richtig toller Moment. Und ich glaube, das ist auch das große Problem der Serie im Allgemeinen, dass man zu wenig Freude hat und zu wenig Schönes. Ein schönes Wochenende und viele Grüße aus Hamburg. Eure Judith. Ja, das war die Judith. Wie immer, vielen Dank dafür. Du nimmst dir ja sehr viel Zeit, uns da auch entsprechendes Feedback zu geben. Michael, was sagst du? Da ist natürlich sehr, sehr viel drin, was wir sicherlich auch gleich in den Folgen besprechen werden. Ja, wir hatten ja schon letztes Mal drüber gesprochen, diese Vermenschlichung. Wir haben, uns fehlt weiterhin dieser Point-of-View-Character, dem wir folgen können und mit dem wir mitfiebern können. Das waren die Leute aus dem Auenland in den Heer-der-Ringe-Filmen, was ganz klar so positioniert wurde. Das war so ein bisschen die Reiter von Rohan, weil sie auch natürlich sehr menschlich waren. Das waren, in den Filmen haben das viele Rollen übernommen und hier ist es weniger. Ein bisschen der Stranger, weil er das erste Mal in diese Welt reinhüpft, ein bisschen Nori und Poppy. Aber dafür sind sie irgendwie nur so ein totaler Afterthought in dieser Staffel gewesen und nicht mehr präsent. Und wie wir es schon oft gesagt haben, die Elben sind eigentlich aus unserer Sicht was Höheres. Wenn es nicht das Zeitalter der Elben wäre, was im ersten Zeitalter gewesen ist, dann werden sie hierzu sehr ähnlich den Menschen dargestellt. Und ich denke, die ganzen anderen Sachen, die sie jetzt eben erwähnt hat, die haben konkret was, die Maus und so. Das hat konkret was mit den Folgen zu tun, deshalb lass uns gerne gleich darauf eingehen. Aber ja, für mich weiterhin das Problem, diese Vermenschlichung, die sie versuchen, die aber nicht funktioniert und die dem Ganzen den Charakter des Epos wegnehmen. Vermenschlicht werden ja auch die Orks und auch dazu schreibt uns der Olli. Hallo, ihr Hobbits. Schlechte Serie, aber eine super interessante Podcast-Folge mit tollen Diskussionen. Danke dafür. Für mich haben Orks allerdings nach wie vor keine Frauen. Was erklärt, warum sie auch immer so schlecht drauf sind. Ja, Tolkien erwähnt im Briefen, dass er davon ausgeht, in keinem seiner Werke, aber werden Orkfrauen schriftlich festgehalten. Auch hier gilt Show, don't tell. Einen halben Hinweis gäbe es in Der Hobbit. Es wird gesagt, dass der stets schlecht gelaunte Gollum kürzlich einen Ork-Buben gefressen hat. Na, Mahlzeit. Ich könnte auf dir, das könnte auf die Existenz von Orkfrauen hindeuten. Ich nehme Der Hobbit aber nicht besonders ernst und in meiner Vorstellung musste der im Schleim geschlüpfte Ork sowieso noch etwas nachreifen, bevor er sich prügeln durfte. So kann sich jeder in Tolkiens Welt nach seinem Geschmack einrichten, solange man nicht dermaßen am Rad dreht, wie die Macher der Serie. In Warhammer sind die Orks eigentlich sogar Pilze. Aber ich schweife ab, macht weiter so. Beste Grüße, Olli. Ja, Vermenschlichung, ne? Ist natürlich so ein Punkt. Und die Orks werden auch in diesen drei Folgen nochmal... Eieiei, da müssen wir auch nochmal drüber reden. Ja, aber sagen wir mal so, die Orks, was sind die Orks? Aus dem Lore heraus sind es Verdorbene. Die Morkos in der Frühzeit hat er sich die ersten Elben geschnappt, die so in Mittelerde rumgelaufen sind und hat die verdorben und hat die so ge... Die Legende sagt so gefoltert, dass daraus die Rasse der Orks entstanden ist. Und die Sache ist, wie vermehrt sich so eine Rasse? Sicherlich nicht, wie wir es im Herr der Ringe gesehen haben. Und das waren auch keine Orks, das waren die Urukai. Also eine Mischung aus Bilvis-Menschen und Orks, die in den Filmen als eine Spezies dargestellt worden sind, die irgendwie aus dem Schlamm gezogen werden. Aber auch in den Büchern wird eine Kreuzung aus Bilvis-Menschen und Uruks geredet davon. Heißt, eine Kreuzung, wie passiert eine Kreuzung, in dem zwei Geschlechter aufeinandertreffen? So ungefähr. Heißt, auch irgendwoher müssen Kinder und sowas anderes kommen. Deshalb, es wurde nie explizit erwähnt und es wurde nie eine glückliche Ork-Familie beschrieben von Tolkien. Aber die Logik, der Logik folgen, muss es einfach sowas geben wie eine Ork-Gesellschaft und Kinder und Frauen und so. Ja, aber das ist halt eben der Punkt. Inwieweit möchte man jetzt mit Realwelt-Logik in eine Fantasy-Logik rein? Weil dann spiele ich es jetzt mal durch und sage, naja, hat der Balrog dann auch Papa, Mama, Kind, Onkel, Tanten und Verwandte? Und wie sieht so ein Familientreffen bei Balrogs Zuhause aus? Balrog weiterhin. Balrog ist ein Maya. Ist einer der Götter quasi, einer der Engelsfiguren. Ja, und? Und die brauchen... Guck dir mal die ollen Griechen an oder guck dir die griechischen Götter an oder in den germanischen Sagen, die haben alle Onkel, Tanten und Geschwister und bringen sich gegenseitig um. Ist für mich kein Argument. Ja, das stimmt. Es gibt auch eine Maya, die mit einem Elben zusammengekommen ist und die Kinder geschaffen hat. Klar, das kann auch passieren. Ich weiß nur nicht, wie es mit Göttern und Göttern zusammen ist. Das wurde so, glaube ich, nie indirekt... Die sind sehr androgyn. Im Moment, obwohl die haben schon klar Geschlechter, Mann und Frau, so Mann will und Melian und so, diese klar Mann, Frau und sowas in der Richtung. Ja, das passt. Also, ja, aber ich weiß, es ist nie Teil des Ganzen... Es ist nicht relevant gewesen für die Geschichte, in der man gegen Böse spielt. Genau, und wenn ich jetzt halt versuche, in jede Ecke da reinzupiksen, dann muss ich es auch zu Ende denken und dann macht es halt ganz, ganz schnell keinen Sinn mehr. In einem Buch kannst du das machen, sehr viel auszulassen. Gerade in so einer Bibel-ähnlichen, in der Bibel-ähnlichen Geschichte, wo du nur Legenden und Mythen und Historien aufschreibst. Da muss niemand stark vermenschlicht werden. Da muss niemand miteinander Sex haben, um Kinder zu haben. Da ist es einfach so. Das ist das Problem, wenn man Sachen adaptiert in sowas wie Rings of Power, wo natürlich Schauspieler die entsprechenden Legendenfiguren spielen müssen. Und dann muss man sich vielleicht zwangsläufig diese Fragen stellen oder man muss eher in die Richtung von 300 und so gehen und das komplett abstrahieren. Also, ich finde nicht, dass man sich zwangsläufig diese Fragen stellen muss. Man kann das machen, aber dann mache ich halt eben eine reine Ork-Story. Weißt du, dann mache ich das. Dann von mir aus, dann explore den Lore der Orks, indem du halt irgendwie einen Spin-Off machst, wo es nur um Orks geht. Okay, von mir aus. So be it. Ja, aber ich habe es beim letzten Mal gesagt oder beim vorletzten Mal und ich sage es wieder. Hier geht es hier einfach um eine Fantasy-Geschichte, die ich mir angucken möchte, bei der ich abschalten möchte und bei der ich einfach auch ein bisschen das Heroische sehen möchte, gut gegen böse. So, und natürlich kann man ab und zu mal irgendwie eine Grauschattierung reinbringen. Ja, aber ein Ork, der, und ich hatte dir diesen Podcast weitergereicht, wo es Deutschlandfunk, wo dieses Feature war, Rassismus bei Tolkien, Star Trek und Co. Ja, und ich war, habe das im Auto gehört und war mehr als einmal mit der Hutschnur knapp vorm Platzen, weil natürlich kann ich mich hinstellen und sagen, Orks sind rassistisch. So, ja, also nicht die Orks sind in ihrem Verhalten rassistisch, sondern die Darstellung von Orks ist rassistisch. So, das war so eine der Thesen. Weil es eben bei den Orks keine farbigen Asiaten, Schwulen, bla 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 gibt. So, deswegen wäre das sozusagen halt diskriminierend und die werden halt immer böse und keine Rasse kann einfach nur immer böse sein. Oder nimm die Klingonen, die halt alle so sind, wie sie sind, oder nimm die Vulkanier, die halt alle so sind, wie sie sind. Oder nimm das galaktische Imperium, die halt alle so sind, wie sie sind. Ja, aber was halt, das ist halt ein Ansatz, der kommt, keine Ahnung, wahrscheinlich von irgendeinem sozialpädagogischen Institut, ja, von Menschen in irgendeinem Elfenbeinturm an irgendwelchen Unis, die einfach nichts Besseres zu tun haben und sich irgendwie auch ihr Brot verdienen müssen und dann malen sie über solche Sachen Gedanken. Aber, es geht doch darum, eine Geschichte zu erzählen. Und ich möchte eine gute Geschichte erzählen. Und da brauche ich halt eben Stereotypen. Natürlich ist es so, dass wenn ich einen Planeten voller Klingonen hätte, dass diese Gesellschaft höchstwahrscheinlich nicht lange überleben werden würde, weil einfach das so nicht funktionieren würde. So, verstehe ich. Allein die Wissenschaftler, die direkt drauf gehen würden. So, aber dadurch, dass ich halt eben eine Spezies so darstelle, wie ich sie darstelle, erst mal als Stereotyp, verstehe ich sie als Zuschauer relativ schnell, was unglaublich hilfreich ist, wenn ich ein Worldbuilding betreibe, damit ich verstehe, wie ticken die. Das sind die Hinterlistigen, das sind die Kapitalisten, das sind die Kriegerischen und so weiter und so weiter und die Orks sind halt eben einfach die Bösen so und dann habe ich das erst mal verstanden und wenn ich das internalisiert habe als Zuschauer und verstanden habe, dann kann ich natürlich mal zum Beispiel wie Worf, ja, einen Klingonen nehmen und die Fish-Out-of-Water-Nummer spielen. Ja, und dann funktioniert das natürlich auch, aber warum funktioniert denn Worf? Weil Worf vor dem Hintergrund der klingonischen Stereotypenkultur funktioniert, die wir sofort verstehen. Wenn ich die klingonische Kultur erst noch verstehen muss, weil sie ultra komplex ist, dann funktioniert so ein Charakter wie Worf einfach nicht mehr und ich verstehe nicht, dass das so schwer zu kapieren ist. Das ist eigentlich nicht schwer zu kapieren. Das ist eine Scheißgeschichte und innerhalb dieser Geschichte müssen, also nicht Scheißgeschichte im Sinne von, dass die Geschichte scheiße ist, sondern das ist einfach nur eine Story und innerhalb dieser Story müssen Dinge einfach mal auf den Punkt gebracht werden, damit sie funktionieren. So, ich kann nicht und ich will auch gar nicht alles ausgeflasht haben, damit ich dann mal sage, ja, aber auch bei den Vulkaniern gibt es transqueere, intersektionelle, feministische, whatever Menschen und die müssen wir alle immer mitdenken. und deswegen zeigen wir die jetzt auch 3, 5.000, 3.000, 3.000 Mal, damit es, ja, nimm eine Geschichte über eine solche Person vor dem Hintergrund des Stereotypen Vulkaniers und das kann eine fantastisch, sensationell geile Geschichte werden. Siehe die Orville mit den, wie heißen die, die Mock-Bucks, Mock-Lands, die nur Männer sind. Ja, diese Trans-Geschichte. Das ist, das ist perfekt. Leute, guckt euch, wenn ihr noch nie was von die Orville geguckt habt, guckt euch diese eine, diese eine Doppelfolge an und dann gibt es später nochmal einen kleinen Payoff in der anderen Folge. Das sind drei Folgen insgesamt sozusagen. Das, also besser kannst du eine, 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 eine queere Trans-Geschichte nicht im Sci-Fi erzählen. Es ist, es ist perfekt. Es ist perfekt. So macht man das. Aber warum funktioniert das? Weil ich eine stereotype Gesellschaft habe, die einfach in dem Fall erst nur noch schwarz und weiß ist. Und dann funktioniert das anders sein. Und dann kann ich das auch darstellen. Wenn ich aber von vornherein eine völlig heterogene Spezies habe, ja, dann funktioniert auch das anders sein im Grunde genommen nicht mehr. Und ich will es auch nicht sehen, weil es geht nicht um die, um die, um die Orks und so weiter. Es geht um ganz andere Dinge hier, sollte man meinen, ja. Und dann funktioniert das schlicht und ergreifend einfach nicht mehr. Und das ist eine Überkomplexität, ein, ein, ein Übererzählen, dass dann, wenn ich auf der anderen Seite halt eben nichts zu erzählen habe, unangenehm auffällt. Erinnere dich, bei Discovery, wer waren die besten Charakter, für die wir immer geroutet haben? Das waren Liebelein und Stamets und hier Dira und Gray. Ja? Ja. Also ich habe, ich habe eine, kann ich, ich folge deinen Gedankengängen komplett. Also ich verstehe ein wenig beide Seiten. Ich verstehe aber auch, dass man, wie du es gerade gesagt hast, gewisse Diskussionen falsch ansetzt, weil sie in dem Zusammenhang eventuell nicht angebracht sind. Komm, ich bin völlig bei dir. Es gibt Werkzeuge, die man in Geschichten einsetzt, ein gewisses Werkzeugset. Metaphern, und die Klingonen sind ja dann auch gewisse Metaphern, und die Orks sind auch Metaphern für eine gewisse, für Gefahren, die gegen einen, die gegen einen stehen. Und das sind halt Werkzeuge im Storytelling, um ein klares Bild und einen klaren Gedanken mitzuteilen. Ich kann aber auch verstehen, dass vielleicht aus einer gewissen gesellschaftlichen Sicht manche Dinge später hinterfragt werden. Wenn irgendein Autor, sagen wir mal, irgendein stumpf Comic-Autor, einen Asiaten immer mit Schlitzaugen, gelber Haut und anderen Sachen darstellt, dann kann man den gewissen systemischen und verinnerlichten Rassismus dahinter hineindeuten. Man muss den kompletten Zusammenhang sehen. Hat es der Geschichte in dem Fall wehgetan? Wer weiß, wie bedeutend dieses Element in der Geschichte war und wie sehr diese Geschichte gewisse Leute geprägt haben. Das ist ja auch immer wieder die Diskussion rund um die Harry-Potter-Bücher gerade, die Vorurteile, die J.K. Rowling in gewisse Figuren mit reingebracht haben. Die sind natürlich aus einer, aus Hindsight, aus einem Rückblick, natürlich gibt es gewisse problematische Dinge, die da drin vorkommen. Und es ist nicht alles schwarz und weiß. Und das passt vielleicht auch nicht. Aber erstens ist unsere Welt nicht schwarz und weiß. Kann unsere Welt auch nicht immer nur in Grautönen dargestellt werden. Es kommt meistens auf der Feder von einem Autor. Und welcher Mensch ist schon perfekt in allen Ansichten. Dafür möchte ich jetzt, Entschuldigung, nur zur Sicherheit, das ist keine Verteidigung von J.K. Rowling als Person. Ich sage nur, dass die Problematiken, die ein Mensch mit in seine Geschichten reinbringt, natürlich einen Einfluss auf die Geschichten hat. Hat das auf die Geschichten insgesamt der Einfluss, die Bedeutung, die Geschichten für gewisse Leute und für gewisse Gruppierungen hat, einen sehr starken Einfluss? Vielleicht später. Aber wir sind mit Harry Potter vielleicht nicht aufgewachsen, aber ich bin aus einem späten Teenager-Alter, habe ich die Bücher gelesen bis ins sehr frühe Erwachsenen sein, bis die durch waren. Und mich hat die Welt dahinter fasziniert und mich haben viele der Charaktere dahinter fasziniert, wo ich erst im Nachhinein sehe, wo gewisse Problematiken dahinter sind. Auch beim Herr der Ringe, auch bei Tolkien, sehe ich vielleicht gewisse Dinge, die einen Einfluss aus der Zeit von früher haben. Tut das der Moral der Geschichte ab? Ist das ein Problem, dass ich als Katholik erzogen wurde und gewisse Moralvorstellungen habe, die gut sind und von manchen, denen problematisch sind? Das gehört zur Natur der Sache dazu. Und deshalb bin ich völlig bei dir. Viele Dinge heutzutage werden viel zu komplex betrachtet, wenn man sie auch einfach betrachten kann als erstens ein Werk seiner Zeit, das neu eingeordnet werden muss, und als Geschichte, die auf einem ganz anderen Level als auf dieser gesellschaftlichen Ebene auch früher schon funktioniert hat. Sondern Star Trek-Geschichte schaut man sich sämtliche Next Generation-Folgen an. Ein paar problematische, aber immer werden klare Bilder vermittelt, um eine gewisse Moral von der Geschichte. So wie wir es bei He-Man-Folgen am Ende der Folge hatten, was haben wir heute gelernt? Ist das halt ein bisschen subtiler in Next Generation und so wird reingebracht, aber in einfacher Art und Weise, dass es viele Leute verstehen können und dass es viele Leute fasziniert? Klar, wenn man dann so eine Klingonen die näher beleuchtet, dann muss man sich auf andere Art und Weise mit denen beschäftigen. Aber dafür muss man nicht unbedingt alte Geschichten, die mit einem klaren Ziel im Kopf geschrieben worden sind, so dermaßen auseinandernehmen, dass diese auch den Ansprüchen der heutigen Zeit gerecht werden müssten. Also das muss man sehr viel, ich denke selber, das muss man sehr viel in den Grauzonen sehen und man darf nicht zu sehr, zu verkopft an vieles von den Dingen rangehen. Ich meine, das ist ja bei mir, sage ich mal, so ein grundlegendes Problem, da habe ich mich ja schon in der Schule mit rumgeschlagen, ja. Ich habe halt wirklich eine innerliche Hemmschwelle mit Überinterpretierung. Wenn dann nichts ist. Ich erinnere mich noch, ich habe es vielleicht schon mal erzählt, ich erzähle es nochmal beim Great Gatsby, ganz normal habe ich mich gestritten wie ein Kesselflicker mit unserer Englischlehrerin. Ich glaube, da gibt es eine Szene am Anfang, jetzt im Buch und im Film wahrscheinlich auch, da wird dann die Daisy eingeladen zum ersten Mal beim Gatsby auf so eine Party und sie kommt halt dann da irgendwie zu diesem Haus und das ist auch das Haus von ihrer Family, weiß ich nicht mehr auf jeden Fall, ist das Haus halt weiß. Und dann kommt sie, dann fährt sie dann auf dieses Manner und das Manner ist halt weiß. Und wenn ich dann halt im Reklam oder von der Lehrerin dann höre, dass das Weiß für die Unschuld der Daisy steht, dann ist das für mich halt ganz großer Bullshit. Wenn du halt in den Südstaaten bist, da sind halt einfach 99,9 Prozent aller Häuser einfach weiß. Und wäre das Haus gelb, grün oder rot, könnten wir drüber reden. Aber so ist es einfach ein Herrschaftshaus in Georgia oder wo immer das ist am Anfang und das ist halt einfach weiß, weil die da halt alle einfach weiß sind, die Häuser. Und da so eine Scheiße rein zu interpretieren, das fand ich in der Schule schon kacke und das gibt mir heute auch noch gegen den Strich, weil da nichts ist. Es gibt auch umgekehrt natürlich auch völlige Überinterpretationen von Kubrick-Filmen und so weiter. Aber ganz ehrlich, bis du da an den Grad der Überinterpretation kommst, hast du erstmal schon eine ganze Menge decoded bei diesen ganzen Sachen, weil da ist nämlich was drin. Und ich sag nicht, dass im Great Gatsby überhaupt nichts drin ist, ich sag nur, an solchen Dingen wird sich aufgehalten und das ist meiner Meinung nach völliger Quatsch. Und hier hast du es halt eben auch, dass du eben die Figuren, die die Helden sein sollen, natürlich auch scheinen lassen musst und da brauchst du natürlich auch einen entsprechenden Antagonisten, der halt auch einfach dann einfach nur böse ist. Und ich sage es auch immer wieder, nochmal, aber es gibt ja auch immer wieder Hörer, die nicht alles hören, diese ganze Anakin-Geschichte war halt nicht gut für Darth Vader. Und je mehr Darth Vader-Content du machst, umso weniger ist Darth Vader halt auch was wert. Ja? Und dann wird diese Figur entmystifiziert und das tut der halt nicht gut. Den, sowas setzt man sporadisch ein. Auch genauso Book of Boba Fett. Boba Fett war ein cooler Charakter, weil er einfach, weil man nichts über ihn wusste und weil er wenig gesagt hat und einen coolen körpersprachlichen Ausdruck hatte. Mit dem subtilen Nicken und so weiter und mit den wenigen Bewegungen und etc. pp. Natürlich kann ich über den eine Story machen, aber will ich die? Interessiert mich die? Hat mich die, 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 die Vorgeschichte von Han Solo interessiert? Wird mich die Vorgeschichte von, von Indiana Jones interessieren? Eigentlich nicht. Allerdings war die wieder ganz cool. Warum? Weil sie nämlich nicht versucht hat, den Charakter Indie zu nehmen und ihn zu erklären und zu dekonstruieren und keine Ahnung, was da reinkommt, sondern indem man einfach den Indie genommen hat und ihn als sozusagen wissensvermittelnden Reisenden durch die Zeitgeschichte genommen hat, des frühen 20. Jahrhunderts und der 20er, 30er Jahre. So, das war sozusagen sein Vehikel und da habe ich aber nie sozusagen den, da hat man nie versucht, den, den Indie reinzukrampen, wie er dann am Ende war, sondern das war halt der Indiana Jones Junior und der sollte dann da so ein bisschen einfach durch die Geschichte reisen und berühmte Menschen treffen, damit man Geschichte, lustige Geschichten erzählen kann. So, dann funktioniert das ja auch. So ein High Concept ist ja auch völlig okay. Richtig. Ich glaube, in vielen, also einerseits haben wir, da sind so viele Probleme drin in diesen Diskussionen, die wir heutzutage haben. Wir sind in einer Welt, die vollkommen verfranchised ist. Alles ist auf irgendeine IP und diese IP wird ausgelutscht bis zum Gehen nicht mehr. Sei es Star Wars, sei es Star Trek, sei es Indiana Jones, sei es irgendwer. Es wird immer weiter, es wird versucht, neue Geschichten in dieser Welt zu erzählen, um das Ganze auszuschlachten. Aus dem Kontext unserer Welt heraus muss dann ein Charakter dekonstruiert werden oder ihm neue Tiefen gegeben werden, die vorher nicht da waren, weil man sonst, weil die Produzenten oder vielleicht die Macher für sich nicht rechtfertigen können, warum es sonst neue Geschichten gibt. Was vollkommen richtig ist. Wer braucht eine neue Indiana Jones 5, wenn in Indiana Jones 1, 2 und 3 alles Wesentliche erzählt wurde und Indiana Jones 4 vermurkst wurde? Wer braucht das? Dann kann man sich denken, vielleicht relauncht man das Franchise für eine neue Generation, aber wieso sollte man das machen, wenn das alte noch völlig in Ordnung ist und auch aus heutiger Sicht noch modern erscheint? Wieso sollte man das neu launchen? Heißt, weil es Kohle gibt. Weil wir die IP ausnutzen müssen. Weil wir das Franchise am Leben erhalten werden müssen. Weil das ist das, was die Leute sich anschauen wollen und wofür noch Geld ausgegeben wird. Und ich glaube, das ist eins der grundlegenden Probleme, dass heutzutage Produzenten noch hingehen und sagen, hey, wir sehen einen Ansatz in dieser IP, die wir noch ausnutzen können, auch wenn vielleicht gar keine Geschichte da ist und dann genauso was wie Indiana Jones 5 da ist, weil es sich ein paar Leute gedacht haben, ah, wir können noch was Neues erzählen und damit können wir sehr viel Geld verdienen, wo sich kaum einer wahrscheinlich in der Bubble hinterfragt gefühlt hat, warum sie es nicht machen sollten. So, und dann ist halt eben wieder der Punkt, mit wem verdiene ich denn mein Geld? Und da ist es halt doch inzwischen einfach so, da kannst du doch eigentlich mal, vielleicht Star Wars mit einer Ausnahme, aber nur wegen Lego, ganz ehrlich, nur wegen Lego, Lego Star Wars ist die Eintrittswelt für Kinder in Star Wars. Lego, nicht Star Wars. Star Wars selber nicht mehr, wenn du mich fragst, ja. Und wer bezahlt denn das Geld dafür? Das sind doch wir. Wir sind doch die, die in den alten Sachen aufgewachsen sind. Wir gucken uns den ganzen Star Trek Quatsch an, wir gucken uns den ganzen Star Wars Quatsch an, wir gucken uns den ganzen Bond Quatsch an und so weiter und so weiter. So, und wir bezahlen hauptsächlich dafür. Wir gehen da zweimal ins Kino, wir gehen da dreimal ins Kino, wir kaufen die DVDs, Blu-rays, wir schließen das Abo ab, wir kaufen den Merch. So, Alicia Müller da draußen, macht das doch überhaupt nicht. Ja, die geht zum Date in Indiana Jones, weil halt gerade nichts anderes läuft, aber sie wäre auch in irgendwas anderes gegangen und irgendwie hat sie nebenher mal bei ihrem älteren Bruder das mal so nebenher laufen sehen oder irgendwie mal davon gehört. Das geht ihr ja am Arsch vorbei und das darf ihr natürlich auch am Arsch vorbeigehen. Hey, natürlich, das ist ihr gutes Recht. So, aber wenn ich dann aus der RP das letzte rausquetsche und das ist das, was ich nicht verstehe. Das ist das, was ich nicht verstehe. Dann melk doch mich, melk doch den Michael, melk doch die anderen Nerds da draußen. Wir geben das Geld doch aus. Ich habe 480 Euro ausgegeben für eine blöde Plastik-Ghostbusters-Protonen-Päckchen. Ja, von Hasbro. Ich habe ja auch 200 Euro auf der Magic-Con oder auf der Fat-Con für ein Lichtschwert ausgegeben, was die ganze Zeit an der Wand liegt. Exakt. Und dann melkt uns doch, weil man darf uns gerne melken. Wir sind bereit dafür. Shut up and take my money. Aber dann mach es doch bitte so, damit ich es halt auch gerne mache und gerne mein Geld ausgebe und piss mich nicht an. Überlegt euch einfach mal irgendwas Gescheites damit und überlegt euch vor allem, warum das Ganze so beliebt geworden ist. Überlegt euch, warum es so beliebt geworden ist. Was ist der Kern des Ganzen? Was ist die Essenz des Ganzen? Warum funktionieren so kleinere Sachen oft viel besser? Weil da manch oft Fans dran sind. Ich bin wirklich, ohne Scheiß, ich bin kurz davor zu überlegen, ob ich mir vielleicht zumindest mal eine Xbox ausleihe oder irgendwie hier vielleicht hier mal den PC aufrüste, weil ich wirklich Bock auf dieses Indiana Jones Spiel habe, was da irgendwann nächstes Jahr kommen soll. Es kommt irgendwie nicht für die Play C5, warum auch immer. Keine Ahnung. Kommt für PC und Xbox. Ich glaube, die haben exklusiv Zeitraum und du brauchst dir keine Xbox dafür zu legen. Du musst dir nur ein Gerät holen, was denn diese Game Threat abspielen kann. Das kannst du teilweise mit einem Handy oder mit einem Tablet schon machen. Das habe ich mit dem, mit diesem einen Psychospiel auf Xbox. Okay. Mit der Senior Sacrifice. Das kann man auch auf Streaming spielen. Okay, was auch immer. Darum geht es ja gar nicht. Es geht ja darum, dass das, was ich bisher davon gesehen habe, sieht so verdammt oldschool gut aus. Und es fühlt sich schon so gut Indie-mäßig an von dem bisschen, was ich gesehen habe. Das erinnert mich, wenn du so von Star Wars Knights of the Old Republic. Ja. Das war doch, das waren doch sensationell geile Geschichten in einem Star Wars Universum, die völlig losgelöst von dem Skywalker-Quatsch waren. Ja. Das heißt, wenn da, und wer hat das gemacht? Na, höchstwahrscheinlich alles mit End-20er, mit 30er, die halt mit den alten Filmen groß geworden sind und die sich gedacht haben, ey, lass mal coole Geschichten erzählen, aber lass mal irgendwie was anderes machen. So. Und darauf will ich im Grunde genommen hinaus. Und jetzt bin ich hier beim Herr der Ringe-Ding natürlich zugegebenermaßen nicht so drin wie du und bei Game of Thrones und so weiter auch nicht so. Das heißt, ich habe das einmal gelesen, respektive das Hörbuch gehört. Hobbit ein bisschen mehr als Herr der Ringe. Und ich kenne die Peter-Jackson-Filme. Ich habe das Silmarillion nutze ich zum Einschlafen als Hörbuch. Ja, 10 Minuten Silmarillion bin ich eingeschlafen. Das heißt, da komme ich auch nie über das erste Kapitel hier raus. Das ist ja aber auch egal. Dann gibt den Leuten doch das, was sie sehen wollen und piss sie nicht an. Ich habe gerade mal eben Rotten Tomatoes aufgemacht, während wir gesprochen haben. Was glaubst du denn, was der Audience-Score war? Ich glaube sogar, dass er in dieser Staffel ein bisschen höher war als in der letzten. Zumindest habe ich das durch diverse meine Bubble-News-Berichte mitbekommen. 40 Prozent? 40, 50 Prozent? Das war der letzte. Erste Staffel waren 38 Prozent. Und jetzt sind wir bei sensationellen 59 Prozent. Yay! Aber es ist halt immer noch mittelmäßig. Und wenn ich dann in den Kommentaren lese, wie das teilweise abgefeiert. Oh, ich habe was geweint davor. Ja, ich habe auch geweint. Aber aus anderen Gründen. Und man darf, nochmal, man darf das mögen. Man muss aber halt auch anerkennen, dass das handwerklich einfach Mittelmaß ist. Bestenfalls. Bestenfalls. Lassen Sie es weiter machen. Wir haben noch gar nicht über die Serie an sich gesprochen. Wir haben noch so viel Feedback. Das wird heute, glaube ich, ein bisschen mit Überlänge. Also, der El Mercy schreibt. Hallo Chris, hallo Michael. Zeit und Raum scheinen tatsächlich ein Hauptproblem der Serie zu sein. Vielleicht, weil sie ein Geschehen, das im Original Jahr hunderte umspannt in ein paar Wochen quetschen. Manche Handlungsstränge laufen langsam, andere wie Numenor dagegen schnell. Einmal Mordor und zurück in drei Tagen. Übrigens, wenn Palantire Elfentechnologie sind, wie sie in Numenor behaupten, warum haben die Elfen dann keine? Ist das so? Also, ich meine, ja, das haben sie behauptet, aber wir haben noch keinen gesehen, ne? Oder sind die Numenore halt irgendwie nur so dumm und voll von Vorurteilen? Ja, nee, die Palantiri, hatte ich ja letztes Mal schon erzählt, es gibt deutlich mehr davon. Und die wurden dann von den Numenorern mit nach Westeros genommen und einige wurden dann verschlungen. Also, der Palantir wird hier auch komplett ad absurdum geführt, zu dem, wie sie eigentlich waren. Deshalb kann man hier die innere Logik der Palantiri hier, die passt auch hinten und vorne nicht. Die stammten aus Eldamar und Noldor. Also, die haben letztendlich, stand übrigens auch Fënor dahinter, der auch die Silmaril und der den Hammer von Celebrimbor geschaffen hat und alle sowas. Die haben die sehenden Steine geschaffen. Und in dem Fall kann man schon sagen, es ist eigentlich eine hohe Technologie der ältesten Elben, die in den Westen gezogen sind am Ende. Und es gibt deutlich mehr von denen. Und am Ende waren es, glaube ich, nur noch zwei oder drei im Zeitalter von Herr der Ringe, aber beim Untergang von Numenor sind einige verloren gegangen. Okay. Weiter schreibt er, dass Poppy Proudfellow im deutschen Maxame Stolzfreund heißt, lässt sich tatsächlich herleiten. Poppy ist das englische Wort für Mohnblume. Der Übersetzer hat aber nicht die Eier gehabt, Mohnblume als Vorname zu nehmen und stattdessen das mittelhochdeutsche Wort Maxame, Mohnsamen, genommen. Und jetzt heißt Poppy nicht Moni, sondern Maxi. Ja, da sind wir wieder beim Verpacken. Viele Grüße, Elmercy. Ja, aber das hat man ja auch ganz oft bei so Episodentiteln, die dann auch, ja, egal. Wir haben noch ein bisschen was auf unserem Discord. Machen wir weiter. Julian schreibt, mein Senf zu Staffel 2 von Ringe der Macht. Grundsätzlich bin ich der Serie weiterhin positiv gestimmt, aber ich mag langsame Erzählungen, und ich bin immer noch an Bord. Gelesen habe ich nur die drei Herr-der-Ringe-Bücher. Dementsprechend ist mir der ganze Lore weingehend unbekannt. Was den Fremden angeht, erwarte ich noch einen Twist. Es fällt mir schwer zu glauben, dass der dunkle Zauberer Saruman ist, auch wenn der optisch sehr an ihn erinnert. Ich glaube, wir sehen hier den Aufstieg von Fremder zu Saruman, dem Weißen. Warum sollte ein böser, dunkler Zauberer zum Weißen Anführer der Zauberer werden? Ich fände es viel logischer, wenn Saruman der Zauberer besiegt und zum Leuchtfeuer des Guten wird. Also wenn Saruman den Zauberer wahrscheinlich besiegt und zum Leuchtfeuer des Guten wird. Jahrtausende später wird er allerdings von Palantiru korrumpiert, und Gandalf, der bestimmt später in die Serie kommen wird, muss ihn dann bezwingen. So hätten wir eine Spiegelung zwischen Prequel und Original-Trilogie. Das erinnert leicht an Anakin, ich gebe es zu. Der Gute wird böse und sein Sohn Protégé, Luke gleich Gandalf, Fragezeichen, muss ihn besiegen und ein Jedi-respektive Weißen Zauberer zu werden. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein beliebtes Franchise sich an Star Wars orientiert, siehe Star Trek PK Staffel 3. Was haltet ihr davon? Ja, lieber Julian, nix, weil es ist leider ganz anders. Es ist so gekommen, wie es gedacht war. Und ich habe, glaube ich, du hast beim Namen, wie Gandalf zu seinem Namen kommt, auch ein bisschen mit den Augen gerollt. Ja, also es war ja für uns relativ klar, dass Gandalf sein wird. Wenn sie einen Twist mit reingebracht hätten, wäre es spannend gewesen, aber dann auch wahrscheinlich wieder zuverkopft. Was sie bestätigt haben, ist, dass der andere Zauberer definitiv nicht Saruman ist. Also, das haben die jetzt auch die Tage schon rausgehauen. Es ist nicht Saruman. Und lustigerweise haben sie auch gesagt, dass bis zum ersten Staffelfinale, die selber noch nicht entschieden haben, ob der Stranger wirklich Gandalf sein soll oder nicht. Ach, wenn ich sowas schon wieder höre, wenn ich sowas schon wieder höre, wenn ich wieder sowas schon höre, dass ich in eine Serie, und es ist ohne Scheiß, das zieht sich doch jetzt durch. Da hast du J.J. Abrams, der sagt, ja, ich wusste eigentlich gar nicht bei den Star Wars, Star Wars Sequels, wo wir am Ende rauskommen wollen. Wo war das noch, während ich wusste, ach, bei Discovery war das doch, glaube ich, auch so. Wir wussten noch gar nicht hier am Ende irgendwo raus. Bei Picard war das auch so. Erkenne ich da irgendwie ein Muster? Kein Plan, gleich Scheiß-Serie. Ja, ich erkenne ein Muster. Es ist ein Problem, wenn man keinen Masterplan hat, in welche Richtung man gehen möchte. Es ist ja auch so, bei Breaking Bad wussten die, wo Walter White hingehen soll, aber sie haben es halt eher, sie haben die Geschichte erkundet und sie hat sich viel wieder dadurch geändert, dass sie es geschrieben haben. Da waren natürlich fähige Autoren dahinter, die es ein bisschen besser gemacht haben. Haben wir schon ganz oft in diesem Podcast wiederholt, dass es natürlich auch auf die Autoren drauf ankommt. Was mich übrigens, um es nur noch mal zu ergänzen, zu meinem Hintergrundmaterial, die hatten sich halt bis zum Ende der ersten Staffel kaum entschieden, dass es Gandalf ist, dann haben sie sich dafür entschieden, haben den in die Richtung gebracht und jetzt haben die, der McKay, einer der Produzenten, gesagt, dass Tolkien, wo war es, ich habe es hier noch mal aufgeschrieben, in irgendeiner Geschichte, der von, was weiß ich nicht, genau, Deep, ich lese mal auf Englisch vor, ihr müsst jetzt für euch selber übersetzen oder ich übersetze gleich noch mal für euch, Deep in the History of Middle-Earth, Volume 2, he confirms that Olorin, das ist Gandalf, had already visited Middle-Earth, das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, dass das durchaus schon bei Tolkien passiert ist, entweder in einem der Briefen, hier ist es scheinbar wirklich das Middle, History of Middle-Earth, Volume 2, was für mich aber weiterhin die Frage auffirft, ey, ihr habt uns doch gesagt, ihr habt nur die Rechte am Herr der Ringe, den Anhängen und dem Hobbit und nicht an was anderen, wie sehr könnt ihr denn jetzt abweichen und wie sehr ist jetzt eine bewusste Abweichung damit drin, wenn die jetzt sich doch scheinbar an Nebenprodukten von Tolkien bedienen dürfen und das ist es dann auch, was Fans aufregt, die Hardcore-Fans, wenn sie dann Zugriff auf dieses Material haben, dann ist für uns nicht klar, was könnt ihr jetzt schreiben und was dürft ihr jetzt schreiben und was wollt ihr jetzt schreiben und das macht ihr für uns nicht klar und dann kommt so ein Kuddelmuddel dabei raus, wie Grandalf gleich Gandalf, ja, Gandalf hat im Herr der Ringe erwähnt, dass dieser Name ihm von den Leuten in Mittelerde gegeben wurde weil er im Westen eigentlich anders hieß, aber es ist wirklich so einfach Grandalf und er kann es dann nicht richtig aussprechen. Es ist halt wie Hodor. Es ist halt einfach, hold the door, Hodor. Und das war noch viel cleverer. Hodor? Das war ja noch cleverer. Ja, natürlich war das cleverer. Ja, natürlich. Mit Zeitsprung in allem da drin. Denn das ist ja noch, ja, aber Grandalf und er sagt dann am Ende, wieso hat er sich dann nicht, ja, ich bin der Grandalf. Ich bin der Grandalf. Wieso nimmt er dann das R und das E wechselt er aus und sagt dann Gandalf? Wo kommt das denn jetzt bitte her? Heißt übrigens in der Übersetzung, glaube ich, irgendwie Stabhalter. Irgendwas ist in dem, wenn man die Etymologie von Gandalf nimmt, hat das was auch mit Stäben zu tun. Also das passt wieder hier schon ein bisschen. Aber nicht zum Grandalf, zum Gandalf hin. Ja, jetzt sind wir drin. Jetzt lassen uns die Charakter einzeln so ein bisschen durchgehen. Wir werden gucken, wie wir das heute machen. Wie immer bei so Abschlussbesprechungen versuchen wir das so ein bisschen chronologisch. Aber wir gehen jetzt eigentlich eher die Charakter durch und kommen. Lass uns einfach gleich über Gandalf reden. Genau. Es ist jetzt also Gandalf, okay. Das wäre damit also jetzt geklärt endlich mal. Er hatte die ganzen Stimmen nach seinem Stab gesucht und am Ende findet er ihn auch. Und das ist ja auch ganz nett alles gewesen. Ich hätte halt gerne in der letzten Folge ein bisschen was gesehen. Ich habe halt literally nichts gesehen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin bei dem einen oder anderen Handlungsstrang auch inzwischen kognitiv auch ausgestiegen. Weil es mich auch, ehrlich gesagt, teilweise großartig gelangweilt hat und ich auch nichts mehr gesehen habe. Was mir sauer aufgestoßen ist, auch wenn es vielleicht loreweise korrekt ist, aber was mir wirklich sauer aufgestoßen ist, das ist, dass jetzt zum Beispiel Gandalf und nochmal, ich bin halt primär so Filmmensch. Aber das ist halt auch so eine Geschichte. Auf der einen Seite biedert man sich, naja, am Biedern ist falsch, aber auf der einen Seite kopiert man schon den Peter-Jackson-Look und Feel. Also man ist jetzt nicht grundlegend komplett anders optisch. Sie verkaufen sich als Vorgeschichte zu sehen. Genau, sie verkaufen sich als Vorgeschichte so. Manchmal halt anders, weil die Ringe dann ein bisschen anders aussehen und so weiter, aber okay, gut. Also man soll es schon so back-to-back gucken können, okay, und auch von der Optik her und vom Design her etc. ist das alles so ein bisschen darauf angelegt, alles in Ordnung. Und dann habe ich halt jetzt diese Figur des Gandalf, den habe ich ja jetzt mehrfach, ich habe die Filme wirklich mehrfach gesehen, die Extended Editions und so weiter und Ian McKell macht das ja auch ganz großartig und eine der schönsten Szenen, finde ich, ist, wenn Gandalf und Frodo da in Khazad-Dum sind und gerade diese Pause machen und dann der Frodo sinngemäß irgendwie so sagt, hier, Gollum, wir müssen ihn umbringen und ich weiß gar nicht mehr, was er genau sagt, aber dann eben, wo Gandalf sagt, viele, die leben, verdienen den Tod und manche, die sterben, verdienen das Leben. Kannst du es ihnen geben? Dann sei auch nicht so rasch mit einem Todesurteil bei der Hand. Und dann sagt er noch so zwei, drei andere Sachen. Und das fand ich so, das war so die Essenz von Gandalf für mich immer. So dieser väterliche, weise Freund, der wirklich, der da so reinkommt und auch später, wenn er dann wieder überlebt wird als Gandalf, der weiß und so weiter. So und jetzt sagt mir die Serie, das sind überhaupt nicht seine Weisheiten, die hat er einfach nur von Tom Bombardine nachgeplappert. Und ich habe zwar irgendwo gelesen, dass das in der Tat so ein Lied ist, was irgendwo in irgendeinem Brief, den er an seine Nichte geschrieben hat, der Tolkien dann tatsächlich angeblich vom Tom Bombardine sein soll. Das mag ja alles sein, aber in diesem, so wie das jetzt aufgebaut wird, ist das für mich einfach etwas, wo mal wieder ein beliebter Character in die Eier getreten kriegt, indem man das, was ihn ausmacht, einfach dann in dem Fall so zum Plagiat macht. So empfinde ich das. Das ist genauso wie bei Stranger Worlds, wo es mir auch auf den Keks geht, dass der Dr. Mbenga als Arzt auf die gleiche Idee kommt, seine Tochter im Transporterpuffer zu speichern, die Scotty ein paar hundert Jahre später dann hat. Das war so ein Scotty-Ding. Scotty kommt auf solche Ideen, weil Scotty ein Ingenieursgenie ist. Jetzt kommt so ein Wald herhergelaufener Wald- und Wiesen-Schiffsarzt auf die gleiche Idee. Das ruiniert für mich nachträglich den Charakter von Scotty. Kann man verstehen, finde ich. Ich finde, das kann man verstehen. Und hier ist das halt jetzt eben genauso, dass ich so sagte, so nee, ernsthaft jetzt, der hat seine Sätze gar nicht aus seiner eigenen Weisheit gewonnen, sondern er plappert sie einfach nur nach. Was für eine Scheiße ist das denn? Das ist sogar noch schlimmer, wie, ich glaube, ein, zwei Folgen davor, als man den Namen der Serie als wortwörtlichen Dialog eingebaut hat. Das ist auch immer ganz peinlich. Naja, die Rings of Power, du bist der Lord of the Rings. Gott, du Gott, das war so peinlich. Es wird im Buch auch so teilweise erwähnt, dass es der Herr der Ringe ist und so weiter. Klar, nicht umsonst ist ja der Herr der Ringe eigentlich ein Buch, was Frodo geschrieben hat oder was Bilbo geschrieben hat auf den Erzählungen von Frodo hinaus. Das rote Buch der Westmark und sowas. Oder der Herr der Ringe, das ist ja ein bisschen, das passt ja innerhalb. Aber ich bin genau bei dir. Ich bin da absolut bei dir. Hätte Tom Bombadil ihm das beigebracht oder hätte ihm diese Lehre vermittelt, auf seine eigene Art und Weise, hätte er eine Prüfung bestehen müssen. Zum Beispiel. Hätte er ihm eine Stunde gegeben. Und das wäre dann das Fazit, was dabei rausgekommen wäre. Super. Passt. Weil, was ist es? Wir lernen von unseren Eltern. Wir lernen von unserem Umfeld alles, was wir irgendwann nachplappern. Wer weiß, wie viele Sätze wir raushauen, die wir in einer Art und Weise schon von anderen gehört haben oder verinnerlicht haben. Allein aus der Schule heraus. Völlig okay. Aber ich bin bei dir. Eins zu eins diesen Satz nachzuplappern. Mindert den Wert von Gandalf. In dieser Serie sollten wir, wir haben gerade schon gesagt, sollte es wirklich die Vorgeschichte zu den Filmen sein. Ich bin immer noch der Team der Menschen, die sagt, okay, jetzt haben die ein anderes Produkt geschrieben und das ruiniert jetzt nicht unbedingt meinen Charakter aus der Kindheit oder aus denen, die ich so kennengelernt habe. Nee, es ruiniert diese Serie für mich, weil diese Serie den Charakter in dieser Welt mindert, auch wenn das vielleicht das Produkt von vorher nicht mindert. Auch mit Mbenga bin ich bei dir. Es hat für Scotty für mich nicht ruiniert, aber sie haben einfach das Andenken an Scotty mit Füßen getreten. mehr oder weniger. Ja, genau. Ohne, dass sie Scotty als Charakter ruinieren. Ja, okay, da hast du recht. Ja, ja, schon klar. Aber das Andenken, das, was Scotty so outstanding macht, wenn das jetzt halt jeder Schiffsarzt machen kann, dann ist das halt nichts für Besonderes. Der Mbenga kann ja andere tolle Sachen machen. Ist ja in Ordnung. Ich will auch Scotty nicht sehen, wie er plötzlich eine Rücken-OP macht. Wie ich auch nie sehe. Also außer halt irgendwie Pille oder so, führt ihm dann per Kommunikator das Händchen oder so. Und er sagt dann irgendwie, oh, das ist fast wie ein Torpedo-Operator oder so. Keine Ahnung. Da kann man ja was draus machen. Und du weißt, worauf ich hinaus will. So, und da saß ich wirklich davor. Ich weiß, worauf ich hinaus will. Und dieses Eins-zu-Eins ist einfach das Problem. Genau, das Eins-zu-Eins. Da haben die gesagt, oh, das ist clever. Ja. Dann hat er das verinnerlicht und wiederholt es. Aber nee, es geht nicht um das Verinnerlicht. Es geht um Verinnerlichung von Lektionen, von Lehren, von Dingen, die man in seiner Kindheit, und das ist ja ein, in dem Vergleich, kindlicher Gandalf, den wir hier sehen, der erst seine Identität finden muss, der muss das erst verstehen, der muss das erst lernen. Aber nicht, dass der einen Satz eins-zu-eins nachplappert. Das kann dann mit mathematischen Formen gemacht werden. Das kann mit Gedichten, die zitiert werden, gemacht werden. Aber nicht mit Lebenslektionen. Ja, da hätte man das schön inszenieren können, dass man ihn irgendwie an den Rand dazu bringt, jemanden umzubringen. Zum Beispiel. Ja. Einen von diesen Wüstenbewohnern oder so. Keine Ahnung. Ja. Und dann hat er sozusagen, er tut es dann nicht, oder er muss dann eben, da steht der Pom-Bom-Baldi daneben, und dann sagt er irgendwas und dann kommt er sozusagen irgendwann zu der Erkenntnis, nee, 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 Moment mal, ich bin hier nicht derjenige, der über Lebens und Tod zu entscheiden hat. Und exakt wie du es gesagt hast. Und das war wirklich was, und das ist für mich so symptomatisch für dieses, was ich eben sage, schlechtes Writing. Und das wird auch eins meiner Musterbeispiele sein, wenn ich irgendwann mal irgendwo in eine Diskussion mal mit jemand gehen muss, ein tolles Beispiel, also toll in Anführungszeichen für, warum dieses Skript einfach sackt. Genau. Beziehungsweise warum es sehr holprig ist. Ich bin weiterhin der Meinung, dass diese Serie gute Ansätze hat. Auf jeden Fall. Ich finde auch, in einigen Dingen hat sie sich in Staffel 2 verbessert, wobei sie in anderen Dingen schlechter geworden ist, ganz klar. Aber ja, das muss nicht sein. Es muss ja auch nicht direkt, das ist halt die Kunst des Schreibens am Ende, ob man es richtig macht. Wie Marvel es mittlerweile vermeidet, jeglichen Onkel Ben immer wieder den Satz sagen zu lassen, aus großer Macht erfolgt große Verantwortung, was sie in den letzten Spider-Man- und letzten MCU-Filmen immer nur angedeutet und umgeschrieben haben, hätte man es hier auch machen können. Aber nicht, indem wir einfach Worte in einem Satz umstellen, sondern indem wir das, was dabei gelernt werden soll, die Essenz, den Kern heraus, zeigen. Und das hätte hier passieren müssen. Tom Bombadil kann ja gerne sein Lehrer sein. Er kann ihm ja gerne diese Weisheiten beibringen. Und er kann auch gerne ihn aus dem Baum retten. Und das passiert dann auch wieder im Herr der Ringe oder so. Aber niemand plappert oder versucht es eins zu eins, das nachzuplappern. Selbst wenn sie ein bisschen drumherum geschrieben hätten. Fans hätten das erkannt. Vielleicht hätte man es auch noch so offensichtlich machen können, dass Herr der Ringe Gucker das erkennen können. Aber ja, ich bin völlig bei dir. Eins zu eins diesen Satz da mit hinzusetzen, dass das mindert einfach weiterhin die Qualität dieser Serie. Und das war ja nicht das einzige Mal. Es gab ja noch mehr so Sachen. Zum Beispiel als Durin dann oder irgendwer sagt denn dann später, ist das die Frau von Durin sagt, wir haben zu tief gegraben? Die auch wortwörtlich Gandalf zitiert. Zitiert, die Zwerge haben zu tief gegraben aus Gier. Oder wie genau der Satz geht. Das ist die Erzählung. Das ist die Interpretation dessen, was die Zwerge gemacht haben. Aber nicht das Wortwörtliche vielleicht. Genau. Aber lass uns mal ganz kurz. Ich meine, wir sind ja wirklich kurz bei Gandalf. Und das ist auch einfach das Problem in dieser Staffel. Auch, ja. Die ganze Gandalf-Geschichte fühlt sich wie ein Füller an. Wie etwas Halbgares, was so nebenbei läuft. Was man in einer halben Episode, oder lass es eine Special-Episode sein können, hätte abfeiern können. Hier hat man in der Folge 14 zwei Szenen von, lass mich lügen, ich fange bei Gandalf an mit Minute 20, bis bei Minute 21 Poppy da ist. Und Minute 25 wieder Gandalf. Und eine Minute später sind sie wieder weg. Und dann, also letztendlich vier, fünf Minuten, in einer einstündigen, naja, 40-minütigen Folge, kommt der vor. Und dann wieder im Finale, für aus dem Kontext gerissen, plötzlich in einer Situation, die nicht vorbereitet wurde, oder die nicht genug vorbereitet wurde, sieht man ihn auch wieder nur fünf Minuten in dieser Folge, wo er seine Lehren daraus zieht. Und wo er jetzt sagt, ich bin der Gandalf, ich bin der Gandalf, Poppy und ich, wir trennen uns jetzt für immer. Wir haben uns fünf Minuten kennengelernt. Sonst sind wir Freunde für unser Leben geworden. Und das war es jetzt. Also man gibt dem Ganzen keine Zeit. Und wenn man dem Ganzen Zeit gibt, dann ist es gefühlt verschwendete Zeit. Ja, bin ich vollkommen bei dir. Das ist, ich weiß nicht, vielleicht kommt da jetzt dann noch ein bisschen mehr. Aber weißt du, das ist halt auch so was. Ich traue halt solchen, Machwerken inzwischen auch wenig bis nichts mehr zu, dass sie hinten raus dann nochmal besser werden. Wie oft saßen wir bei Discovery und haben gesagt, mit der nächsten Staffel wird aber alles besser. Mit der nächsten Staffel wird alles besser. Zugegebenermaßen ist es ein bisschen besser geworden. Aber die Grundprobleme waren halt trotzdem immer noch. Wenn hier halt Menschen am Start sind, die einfach ein Grundproblem mit Schreiben haben, ein Grundproblem mit Pacing haben, ein Grundproblem mit Storytelling haben und noch ein schlechter Schnitt dazu kommt. Der Schnitt ist nämlich auch grottig. Und Kamera etc. Also alles halt nur so mittelmäßig bis schlecht ist, dann wird da auch kein gutes Produkt mehr draus. Außer das wird ihnen komplett neue Handy gegeben und irgendjemand räumt da mal ganz kräftig auf. Aber das sehe ich einfach nicht. Von daher werden wir uns jetzt hier fünf Staffeln lang durchhangeln. Ich glaube, sie ziehen das durch. Ich glaube nicht, dass Amazon sich da die Blöße gibt. Wobei am Ende des Tages, wenn die einen Strich drunter machen und merken, die Scheiße lohnt sich nicht, dann machen sie es vielleicht auch. So bewusst propagiert, wie sie da One Million Views rausgehauen haben. Das weiß ich nicht. Irgendwie klang das für mich auch eher nach Verzweiflung als nach, weiß ich nicht. Ich kenne so erfolgreiche Serien, die das machen. Irgendwie nicht. So findet mir jetzt keiner ein. Hat Better Call Saul jemals gesagt, wir haben die eine Million Zuschauer geknackt? Weiß ich nicht. Und wenn, dann haben sie die bestimmt irgendwie nach zwei Tagen geknackt und nicht nach vier Wochen. Die Sache ist, wo... Streaming-Dienste hauen ja sowieso selten ihre Zahlen raus. Was sie jetzt gemacht haben, war... Jetzt muss ich noch mal schauen. Die zweiterfolgreichste Serie ist ja nun Fallout. Genau. Fallout Passes 100 Billion Views at Amazon. Ich habe die Schlagzeile wieder gefunden auf meiner Trusted-Film-Serien-Seite. Und das zeigt... Also, Lord of the Rings, Rings of Power hat in der ersten Staffel über 150 Millionen Views. Fallout hat mittlerweile 100 Millionen Views. Ich glaube, die Staffel 2 von Herr der Ringe ist, glaube ich, nur bei etwas mehr als 50 bisher gewesen. Also, schon noch gut, aber ein dramatischer Fall. Ja. Mal gucken, ob sie es durchziehen. Ja. Also, Gandalf. Und das ist ja eben so schlimm. Damit haben wir ja im Grunde genommen fast alle schon erzählt. Der findet halt am Ende noch seinen Stab. Der sieht dann... Und dann sind wir wieder bei diesem Peter-Jackson-Anschlussfähigkeit. Der sieht halt auch nicht exakt genauso aus wie der Stab aus dem Peter-Jackson-Film. Aber ähnlich genug. Um halt eben sagen zu können, okay, das wird der so. Und Tom Bombardins Hut kriegt da wahrscheinlich auch noch die Tage. Und dann hat er auch seinen grauen Zauberhund. Ja. Aber auch wenn man zurück... Du hast es ja eben schon erwähnt. Diese ganzen Szenen. Da springen wir im Finale nach dieser epischen Schlacht ins Finale ein. Bekommen dann irgendwo mittendrin eine dunkle Szene. Wo man nicht erkennt, okay, Gandalf taucht plötzlich da auf. Und ist plötzlich da in der Wüste irgendwo. Wir wissen nicht wo. Der geht wahrscheinlich dadurch, dass er seine Hände so an Steinen hält. Soll man mitbekommen, er geht jetzt in dieses Dorf hinein, wo die waren. Und da sind Nori und Poppy, werden als Einzige plötzlich von diesem Dark Wizard da festgehalten. Okay, der Dark Wizard steht dann plötzlich da. Und versucht mit ihm zu reden und ihn zu beeinflussen. Ganz klar in der Rede, wie die Parallelen zu Saruman und Gandalf aufweisen soll. Auch wenn es am Ende dann nicht Saruman sein soll. Und man erkennt nichts. Man erkennt nicht mal anders. Ich hab das abends geschaut. Und abends hab ich auch nichts gesehen. Wo ist er denn da? Was macht er dann? Wie kommt er denn plötzlich da hin? Wann ist er von Tom Baldé losgegangen? Wie kommen wir zu dieser Szene hin? Und dann werden Poppy und Nori hingehalten als Geiseln. Und ich dachte, die sind doch noch im Dorf. Ja. Wie hat er die jetzt festgenommen? Und dann eskaliert die ganze Situation. Und alle Hobbits rennen da rum. Alle Starren rennen da rum. Und ach, wir sind ja im Dorf. Das hab ich ja gar nicht mitbekommen, dass wir im Dorf sind. Ja. Also handwerklich ganz katastrophal hier gelöst. Auch wenn das irgendwie episch klingen soll. Aber dieser Ansatz auch von Filmen und Serien heute im Digitalen. Das hat mit dem Film Collateral damals angefangen. Da hat man mit Tom Cruise, wo er da der böse Taxifahrer ist, falls ich dich an diesen Film erinnere. War das nicht irgendwie Michael Mann, der den... Genau, kann ich mich sehr gut dran erinnern, weil da gibt es nämlich endlich mal einen Protagonisten, nämlich den Polizisten, der vom Nachnamen heißt wie ich. Das kommt sehr selten vor im Film. Ja, ich glaube von Michael Mann ist der Film Collateral. Und da haben sie das erste Mal die digitale Kameratechnik eingesetzt, wo man wirklich im Dunkelheit mehr oder weniger filmen kann. Aber da kann ich alles erkennen. Ja, da hat Hollywood die falschen Konsequenzen daraus gezogen. Und jetzt wollen sie diesen natürlichen Ansatz, den Ansatz des natürlichen Films, des naturalistischen Bildes, haben sie jetzt so oft in Dingen mit reingenommen, dass man in Filmen heute wie Game of Thrones und dem hier, in Serien wie Game of Thrones und dem hier nichts mehr erkennen kann. Wirklich gar nichts mehr. Da muss man in den dunkelsten aller dunkelten Räume sitzen, darf keinen OLED-Fernseher haben und muss es auch komplett hell gestellt haben, um die Leute ansatzweise zu erkennen. Und dann muss ich dann bei Facebook in den Kommentaren lesen, nee, dein Fernseher ist nur falsch eingestellt. Ich bei mir kann alles erkennen. Nee, du dumme Nuss, hast du das Ding noch auf dem Präsentationsmodus vom Mediamarkt eingestellt, du Pfeife. Deswegen kannst du nämlich alles erkennen. Aber wenn du da mal was Normales guckst, dann ganz ehrlich hast du doch Augenkrebs, aber das merkst du dumme Nuss gar nicht mehr. Naja, also es ist wirklich, es ist katastrophal. Ich habe in meinem Fernseher eine wunderbare Einstellung. Ich auch, ich habe so eine Buchung. Nennt sich Technicolor Expert. Und diese Technicolor Expert, damit wird bei LG beworben, dass das die Einstellung aus Hollywood ist, mit der die Filme gegradet werden. Ja. Und wenn dem so ist, dann konnte der Editor auch nichts erkennen. Also, ich habe so eine ähnliche, so einen Filmmodus, der ist nicht ganz so kalibriert, aber so ähnlich, aber ich habe meins ja mit so einer Test-DVD, habe ich meins getestet, beziehungsweise heute sind die Dinge auch alle bei YouTube, ne, so. Und stelle ich immer meinen Fernseher ein, ist immer mein, mein Beamer ist sowieso kalibriert, also der ist vom Profi kalibriert worden, war scheißen teuer. Und das ist mein Referenzbild. So, das ist nämlich genau das. Das ist jetzt keins von diesen, da springen dich die Farben an Bilder und im direkten Vergleich mit diesem Präsentationsmodus sieht das Bild natürlich in Anführungszeichen ein bisschen flach aus, weil die Farben halt nicht so grell sind wie anders. Aber wenn du halt mal einen ganzen Film guckst, ja, und nicht nur jetzt einen Still von einem Obstkorb vergleichst, ja, sondern einen ganzen Film guckst, dann ist das einfach für die Augen viel angenehmer und es hat einfach auch ein Filmerlebnis. Also, ich habe da nichts verstanden, weil ich habe es nachmittags geguckt, das war natürlich jetzt offensichtlich ein großer Fehler, auch das stand dann in den Kommentaren so, ja, dann lass halt runter, dann macht er dir die Raumdunkel. Nee, ja, also sorry, wo sind wir denn? Wenn ich einen Filmabend mache, die Leinwand runterlasse und den Heimkino anschmeiße, ja, dann ja. Aber das hat dieses Machwerk nicht verdient, aber ich reg mich schon wieder ein bisschen in Rage heute. Aber ich habe diese ganze Storyline rund um die Hobbits, ich habe mich völlig verlassen, und ich habe es einfach nicht mehr gecheckt. Plötzlich war der Nicht-Saroman da, dann ist irgendwas explodiert oder irgendein Gewicht da kam, weiß ich nicht, ich habe es ja nicht gesehen, ja. Und dann war alles wieder in Ordnung und plötzlich trennen die sich dann, die Poppy und der Grand Elf. Warum? Vor allem muss man zwischen diesen Szenen, zwischen diesen Szenen, habe ich gerade auch noch mal nachgeschaut, 40 Minuten warten, wenn es Anschluss gibt. Ja. Ja. Ich meine, wo Game of Thrones, das sicherlich am Ende übertrieben hat, weil sie halt so viele Storylines hatten. Aber du hast immer deine vier Minuten, weißt du, das war doch immer vier, fünf Minuten Schritte unterteilt. Vier Minuten hier, vier Minuten da, vier Minuten da. Wenn man was länger war, fünf Minuten, und dann zack, zum nächsten so. Dadurch hat das Ganze auch so ein Drive gekriegt. Und natürlich hast du am Ende bei Game of Thrones in den letzten zwei, drei Staffeln zu viele Storylines gehabt, und das war dann zu viel. Aber hier, wo ich ja am Ende des Tages eigentlich nur drei habe, ich habe dreieinhalb. Ich habe die Hobbits, ich habe Eregion, oder alles rund um die Elm. Ich habe irgendwo noch Numenor, vier, plus bla. Das kriege ich doch in 60 Minuten, kann ich doch locker jedem fünf Minuten Zeit geben, und dann springe ich zum nächsten. Ja? Ist doch gar kein Problem. Ja, aber wenn es dramaturgisch auch wieder hier nicht passt. Wenn du jetzt das, was wir an Filmmaterial gesehen haben, dazwischen schneiden wollen würdest. Gut, das geht natürlich nicht. Das ist klar. Da hast du immer 30 Sekunden das eine und dann fünf Minuten das andere. Das ist klar, das geht natürlich nicht. Das muss ich natürlich von vornherein ansehen. Gut, also, Nichtsaroman ist jetzt keine Ahnung was. Poppy ist weg. Gandalf hat seinen Stab. Er heißt jetzt auch Gandalf. Keine Ahnung, ob wir von Tom Bombardier in der nächsten Staffel noch mal sehen. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Gut, dann lass uns mal, weil das, glaube ich, auch recht überschaubar ist, mal nach Numenor hüpfen, okay? Bevor wir nach Eregion gehen. Numenor, muss ich sagen, raffe ich überhaupt nicht. Ich verstehe es nicht mehr. Ich verstehe diese ganze Pharrason-Bla-Geschichte nicht. Dann soll dann die Königin Regentin, die soll dann da zu dem Seemonster geopfert werden, aber dann greift dann halt eben die göttliche Weisheit ein oder was auch immer. Also wird sie es dann nicht. Trotzdem ist sie dann weiterhin noch angeklagt. Ich habe immer noch nicht verstanden, warum das ganze Volk eigentlich dem Pharrason hinterherläuft. Bla, bla, bla. Also diese Numenor-Geschichte ist ein einziges, eine einzige Shitshow. Also da soll mir mal irgendjemand erzählen, wie das, was da abläuft. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe. Ich will es auch nicht verstehen, weil mich es auch gar nicht interessiert. Ich kann dir auch nicht viel mehr sagen, weil es einfach genauso ist, weil die es völlig durcheinander darstellen. Es soll ja, wenn ich es interpretieren würde, dann soll es ja den Struggle zwischen den verschiedenen Fraktionen zeigen. Dafür zeigt es aber auch deutlich zu wenig und zu wenig Akteure. Also wir bekommen so einen Mini-Ausschnitt, der ganz nah an den entsprechenden Leuten dran ist. Wir sehen aber nie das große Ganze. Wir haben jetzt keinen Eindruck davon, dass vielleicht 50% von Numenor die Gläubigen sind und 50% auf der Seite von Pharrason. Dafür hat er auch viel zu schnell die Macht übernommen. Und genau das ist jetzt auch das Problem. Und dann kommt plötzlich nach zwei Folgen Myriel wieder, die dann statt Elendil dem Monster zugeworfen werden soll. Und dann gibt es scheinbar das göttliche Eingreifen der Vala. Aber das verstehen dann auch nur, hier verstehen es dann nur wieder ansatzweise Fans, die in den Büchern drin sind. Weil man der reinen Geschichte von Numenor, wie du es gerade gesagt hast, kaum folgen kann. Da passt es ja schon besser, dass wir in den nächsten Folgen dann sehen, wie die in, ich wollte gerade sagen, Weste rausnehmen, Mittelerde ankommen. Und dann auf Isildur treffen. Das ist, dem kann man ja wieder ein bisschen mehr folgen. Aber ich bin völlig bei dir. die Dinge, die in Numenor selbst ablaufen. Und das hätte so viel Potenzial. Es hätte ja fast schon eine Kopie von Game of Thrones sein können. Wie viel Drama, wie viel Machtgeränge es da geben könnte. Das hätte so gut passen können. Da hätten wir auch wieder, haben wir auch schon gesagt, unseren Viewpoint von den Menschen gehabt. Und das hätte wahrscheinlich auch die Leute mehr drangezogen. Gib mir ein Game of Thrones, ähnlich wie es jetzt in Succession ist, mit einem Kampf um die Macht in Numenor. Und dann passt das. Und im Hintergrund wird ein bisschen was mit den epischen Elben und Sauron geschehen. Und das kommt dann am Ende alles zusammen. Aber ja, jetzt sind auch hier so Versatzstücke. Die Numenor und die Hobbits sind in den letzten drei Folgen so unbedeutend, weil man sich ja unbedingt auf die Schlacht rund um Eregion konzentrieren möchte. Ja. Und ganz ehrlich, dann hüpfen wir auch schon zu Eregion. Schreibt es bitte in die Kommentare, wenn euch da noch irgendwie was zu einfällt. Aber ganz ehrlich, spart euch die Kommentare. Kommt lieber am 31.10. zu unserer Show zur Halloween-Etitel. Wollte ich nur am Rande mal gesagt haben. Tickets unter rabbithole-theater.de. Ja, lasst uns nach Eregion springen. Also nicht nur, dass Eregion komplett anders aussieht als in Staffel 1. Also, komplett. Ja, ich packe euch in die Shownotes mal ein Bild von Eregion aus Staffel 1, wo es noch keine Mauern hat. Und dann aus Staffel 2, wo es eine dicke Stadtmauer hat. Und auch plötzlich Türme, die vorher nicht da waren. Und überhaupt der ganze Fluss anders aussieht. Und der, also, es sind einfach zwei verschiedene Städte. So. Da ist bestimmt irgendeinem eingefallen. Und der Innenhof, wo Kallebrimboer mit Annatar steht, sieht aus wie Bruchtal. Ja, genau. So. Was feiern sich die Facebook-Kommentare ab über diese sensationell tolle, epische Transition von der Welt, in der Kallebrimbo in seinem Kopf ist, zur realen Welt als da. Das war ja sogar ein halbwegs praktischer Effekt. Also, da hat man ja wirklich die Beleuchtung vom Set einfach runtergedreht und die Kamera um ihn drauf und lassen. Und zugegebenermaßen, das war ja wirklich auch ganz nett gemacht. Ja. Da war ich sogar am Ende sogar überrascht, dass das ein praktischer Effekt war. Ich dachte, der steht komplett vom Greenscreen. Also, von daher, Chapeau, war gut gemacht. Aber das war halt dann auch mein einziges Highlight. Ansonsten ist diese ganze Geschichte rund um Region. Na, sagen wir es mal so, auch diese Kallebrimboer Wahnwelt, die war auch nett. dass das, die Interaktion war auch nett. Okay. Aber alles andere war so ein, im Englischen sagt man Clusterfuck, keine Ahnung, was man da im Deut. ein Sammelsurium, ja, an Szenen, die vorne und hinten halt überhaupt keinen Sinn gemacht haben. Und wo ich mir einfach nur so denke, mein Gott, nimm halt die Schlacht von Helms Klamm und kopier die Scheiße einfach, wenn dir nichts Besseres einfällt. Ja, du hast, du hast sozusagen die Blaupause einer perfekt inszenierten Schlacht. Wie lange, wie viel Prozent des Films nimmt das ein? 45 Prozent, 40 Prozent, vielleicht sogar die Hälfte, oder? So was um den Dreh. Und, also ich habe die... Hat ja fast schon eine ähnliche Länge wie die Folge hier. Ja, genau. Und ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt schon gesehen habe, bestimmt schon zehnmal und es wird nie langweilig. Und es ist bei Nacht und ich kann alles erkennen. Huch, ja, es regnet sogar. Wow. Und ich kann alles erkennen. es ist aber auch, wie ich eben schon gesagt habe, es ist eher die Hollywood-Nacht in Helms Klamm und nicht die naturalistische Nacht. Es ist ja wurscht. Ich als Zuschauer verstehe, es ist Nacht und es regnet. Das reicht mir doch völlig aus. Genau, genau. Und das ging allein schon hier damit los, dass, erst mal habe ich mir gedacht, haben die Elben keine Speer? Wie kann denn diese, übrigens im Deutschen wird, ich habe ja dann auf Deutsch geguckt, weil es mir inzwischen zu doof ist, wird von einer Schar Orks gesprochen. Also eine Schar Orks sind für mich vielleicht 20, 30, lass es 50 sein. Ja, vielleicht noch 100, aber auf gar keinen Fall das, was die da hatten. So. Also eine Schar Orks war das jetzt mal schon gar nicht. Und dann bauen die da Belagerungswerkzeuge und die Elben raffen das erst im letzten Moment. Was ist das denn für eine Kacke? Und jetzt erzählt mir bitte nicht, ja, der hat der Sauron die alle nur im Geist. Bullshit. Ja, es ist einfach nur, redet euch wieder schön, was das Drehbuch nicht hingekriegt hat. Und dann, eine Sache, weil es mir gerade einfällt, wir können das gleich so, es ist ja eh wurscht, weil es gibt sowieso keine richtige Chronologie in dieser Schlacht. Diese Schlacht verstehe ich auch nicht. Dann ist es dann irgendwann Tag und die Orks greifen wieder an und plötzlich kommt das Elben her. So, die Kavallerie kommt dann so. Das sieht ja auch ganz nett aus, das ist ja auch ganz nett gemacht, aber auch da denke ich mir so, ja, das sah mit den Rohanfritzen schon geiler aus, aber okay. Gut, es ist auch auf so einer, auch die Fläche, wo das gefilmt ist, das sieht so nach englischem Stadtpark irgendwo neben London aus, ja, das ist so eine Wiese mit so ein paar Bäumen. Wir haben ja auch in England gefilmt. Ja, und so sieht es halt auch aus, es sieht halt einfach aus wie irgend so eine Random Wiese irgendwo in Mittelengland, ja, wo ich denke, ja, das ist, hier kannst du für Robin Hood machen, die Szene, aber irgendwie passt das einfach so von der Landschaft her nicht. Egal. Und dann reiten die da drauf zu und dann entblößen dann die Orks also Galadriel und dann hören die auf. So, okay. Dann kommt es zu Verhandlungen und in der nächsten Szene greifen die einfach an, wieder die Elben. Hä? Was? Hä? Wie? Was? Wo? Ich hab's nicht verstanden. Okay, lass uns mal einen nach dem anderen durchgehen. Erstmal Folge 14, Folge 6 in Staffel 2. Ja, ich fand's auch ganz nett, wie es jetzt gemacht wurde mit Caleb Rimboer, wie einem dann auch aufgefallen ist oder wie Caleb Rimboer dann aufgefallen ist, dass er in einer ganz anderen Welt ist oder das in Illusionen vorgespielt wird. Ich fand auch das Ränkeschmieden von Sauron gar nicht mal schlecht gemacht. Ja, absolut. Ich vollkommen bei dir. Natürlich war es noch sehr oberflächlich, aber wie er die Elben einverleibt und einfach dieses Gaslighting betreibt auf allen Seiten. Das war dann inszeniert. Ja, wenn ich ihn nitpicken würde, dann wäre mir das mit der Maus ein bisschen zu offensichtlich. Offensichtlich, ja, der hat jetzt ein Video aufgenommen und lässt das wieder abspielen. So funktioniert. Für mich persönlich funktioniert Magie so nicht. Ja, ja, Fehler in der Matrix. Ja, also wenn er sich dann per Zufall aus dem Augenwinkel in einer unruhigen Szene als dreckiges Spiegelbild gesehen hat, weil er plötzlich Zweifel entwickelt. Super. Aber die Maus ist mir dann zu sehr Ocean's Eleven, wir wiederholen Video. Gut, Nitpicking, das hat mich nicht gestört. Ich fand die Inszenierung ganz nett, auch wenn die ganze Folge sich dann doch wie so ein kleiner Füller angefühlt hat. Lass mal so. Bei der Schlacht bin ich nicht ganz bei dir. Ich hab sie jetzt natürlich auch nicht mit der Aufmerksamkeit verfolgt, wie ich so eine Helms-Klamm-Schlacht verfolgen würde, aber die Folge fand ich persönlich sehr episch. Klar, gibt es die paar Sprünge und die Logiklücken vor allem Dingen der Tag, an dem die Orks kämpfen. Ihr habt in der ersten Staffel etabliert, dabei war euch das ein Riesending, dass die Leute, dass die Orks nicht in den Südlanden bei Tag rumrennen, weil denen zu viel Sonnenlicht war. Die mussten Mordor erschaffen, damit die Orks ein Land für sich haben, was in ewiger Dunkelheit ist. Und hier können die Orks plötzlich bei Tag kämpfen, dann müssten sie deutlich schwächer sein, als wie sie sich hier dargestellt bekommen. Und dann müsste man es noch mehr verdunkeln durch Rauch und Feuer, als sie es hier schon gemacht haben. Aber dass so ein Sonnenstrahl da rauskommt und dann die Orks nicht fliehen, weil sie durch Sonne komplett geschwächt werden, das ist für mich die große Logiklücke, die hier entsteht. Bei Nacht perfekt, aber es ist ja ein Ding, dass die Orks bewusst bei Tag nur geschützt rumlaufen und nicht die Kraft haben, die sie bei Nacht entwickeln können. Ansonsten, die reine Inszenierung, man hat ein gewisses TV-Niveau gesehen, klar, aber die Schlacht selber fand ich schon richtig großartig und spannend inszeniert. Wenn man jetzt nicht zu sehr auf die Details schaut und nicht zu sehr rausgerissen wird, das war für TV-Niveau absoluter Wahnsinn. Da bin ich bei dir. Auch wenn ich die mit Peking hier betreiben könnte. Da bin ich grundsätzlich bei dir. Natürlich sah das dann schon grundsätzlich auch gut aus und war auch in Ordnung von den Tricks her etc. Das meine ich gar nicht, sondern die Inszenierung an sich, den Ablauf der Schlacht, das Herleiten der Schlacht etc. Das war einfach alles, vor allem das geht ja dann so weiter. Am Ende kommen dann, aber die Zwerge haben wir noch gar nicht gesprochen, müssen wir auch gleich noch machen. Am Ende kommen dann einfach die Zwerge. Also weißt du, die sind dann auch einfach da und dann, ja okay, wir haben jetzt gewonnen. Auch die Zwerge sind da. Okay, alles klar. Das hatte so, man hatte überhaupt nicht das Gefühl, was so auf dem Spiel steht irgendwie. Also ich zumindest nicht. Doch, also als Leser schon. Als Leser fand ich es schon sehr spannend inszeniert. Alleine, dass plötzlich Ada sich den Ring schnappt. dass Elrond und Gil-Galat in dieser Schlacht involviert sind, vor allem den Gil-Galat, der definitiv laut Buch hier noch nicht fallen sollte, aber dass die so in eine Bredouille geraten, dass sie wirklich dem Tod nahe waren, da habe ich mir gedacht, okay, wie weit weichen sie jetzt vom Lor ab und was können wir machen? Elrond ganz klar ist nach Eregion, nach Bruchtal geflohen. Aber dass sie so einen Move hier aus dem, aus dem Hut zaubern, dass Ada plötzlich die Ringe bekommt oder einen der Ringe, das könnte man jetzt als Leser Mord und Tolerer rufen oder sagen, oh, ich verfluche dich, so sollst du nicht mit dem Lor spielen. Aber das fand ich schon wieder interessant. Das fand ich unvorhersehbar, was die jetzt machen wollen. Und deshalb hat mich die Folge so ein bisschen reingezogen, weil Player hier drin waren, wo man eigentlich wissen sollte, dass die überleben, aber dass sie komplett anders mit ihnen spielen, als es im Buch wirklich passiert ist. Musste man ja so viel so machen, weil man nicht eins zu eins das Buch hat und die Lagerung von Eregion ist wirklich Wochen, irgendwie monatelang, bis es komplett zerstört wurde. Aber ganz abgesehen davon fand ich genau diese kleinen Dinge, die da mit reingebracht worden sind, auch was jetzt mit Kelle Brimbo in diesem Zusammenhang, wie sie den Tod von Kelle Brimbo hier darstellen, fand ich aus Lesersicht schon spannend. Und deshalb ist diese Folge für mich sogar die beste Folge bisher der Serie gewesen. Einerseits, weil sie sich mal nicht so konzentriert haben, auf Geschichte zu erzählen, sondern nur in der Schlacht drin waren. Und andererseits vieles auf den Kopf gestellt haben, was so ganz anders passiert, als mit den Büchern passiert. Und das mag ich an so einer Interpretation, wenn die im Kern dem Ding treu bleibt, weil ein paar wichtige Dinge abgehakt werden, aber in der Exekution etwas anders machen. Deshalb bin ich Fan dieser Folge gewesen. Zum Teil. Ja, und da wird es auch sicherlich Leute in den Effekten gegeben haben, die haben sich da alle Mühe gegeben, passt schon. Aber wer sich wirklich gar keine Mühe mehr gegeben hat, oder sie kann es nicht besser, ist halt leider die Morfitt Clark. Zumindest was ihre Kampf-Performance angeht. Also die läuft da einfach rum und ersticht einfach die Stuntman einen nach dem anderen und es hat so überhaupt keine Kampf-Choreografie mehr. Also Legolas ist auch durch die Orks durchgegangen wie ein heißes Messer durch Butter, aber da war eine Kampf-Choreografie dahinter. Hier läuft sie wirklich, du musst dir das mal achten, da ging ein Ende, kurz bevor sie aufs Auron trifft, da läuft sie wirklich einfach nur so rum und piekst so rechts, so links, piekst, 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 piekst. Also es war so langweilig inszeniert. Also keine Ahnung, ob die da nicht besser konnte oder ob der Fechtmeister schon aufgegeben hat oder ob der halt auch nichts drauf hat. Ich weiß es nicht. Und dieser Kampf zwischen Sauron und Galadriel. Okay, dann sind wir jetzt entsprechend schon im Finale. Ja. Du hast so einen richtigen Punkt erwähnt, das hat mich an dieser Schlacht schon gestört. dass die Orks genauso fähig waren wie die Elben, weil die Elben sind eigentlich noch übermächtige Krieger. Vielleicht nicht alle in der Region, weil die Region eher der wissenschaftliche Teil des Landes war. Aber ja, so eine Galadriel oder so ein Elrond sollten schon erfahren im Kriegen sein und Orks längst rechts niedermetzen. Schon gut, darum geht es mir nicht. Es ging darum, dass es einfach, also die Schauspielerin hat das einfach nicht gut rübergebracht. Aber das machen sie ja auch nicht. Oder die Choreografie war scheiße. Genau, das macht auch die Choreografie in diesem Fall nicht. Man stellt es so dar, als ob die Orks einem Elrond oder Galadriel oft sehr ebenbürtig waren. Und das sind sie gefühlt aus der Porträtierung aller Heer der Ringe Materialien bisher nie gewesen. Da waren die Elben eigentlich meist die übermächtigen, mächtigeren Kämpfer. Ja, wahrscheinlich. Aber ich verstehe, was du meinst. Es fühlt sich gerade in der letzten Episode, und dann springen wir direkt in die letzte Episode rein, es fühlt sich für Galadriel sehr gelangweilt inszeniert. Ja, genau, richtig. Ganz genau. Gelangweilt inszeniert. Das ist es nämlich. Und auch das Ringgebende, das titelgebende Element, nämlich Ringe der Macht, auch hier bleibe ich dabei. Wir sehen dann in Folge 14 Mal, wie ein Ring ein bisschen mal gegossen wird, nämlich den, den Kelle Brimboer dann alleine schmiedet. Da sieht man dann ein bisschen mehr mal davon. Okay, das hätte ich mir vorher aber ehrlich gesagt gewünscht. Und noch mal, die anderen Zwerge haben die ihre Ringe auch schon oder hat nur der Durin schon sein und die anderen noch nicht? Wie man es in der Serie sieht, scheinen die ganzen Ringe noch in Kasadum zu sein. Sie wurden noch nicht verteilt. Okay. Was auch noch spannend wird, wie die, es ist wahrscheinlich ein großer Teil der nächsten Staffel, wie die Brüder und Gefolgsleute von Durin dann auch die Ringe bekommen. Es müssen ja die sieben Zwergenkönige, müssen ja die sieben Ringe bekommen. Ja eben, und da war ich mir halt nicht so ganz sicher, weil es gab ja diese eine Briefing-Room-Szene, wo die anderen sieben Zwergenkönige dastatten, wo der Durin dann schon ein bisschen rumgeprallt hat. Das war so vor zwei, drei Folgen oder sowas. Und da war ich mir jetzt gar nicht sicher, ob die anderen ihre Ringe schon bekommen haben, weil wenn, dann hatte ich nämlich noch auf meinem Zettel stehen, warum folgt man eigentlich, also, warum sieht man von den anderen Ringen nichts? Aber dann haben die die noch nicht. Okay, dann soll das so sein. Okay. Jedenfalls habe ich das so gesehen. Ja, also ich habe, falls irgendjemand weiß, ob die anderen Zwergen ihre Ringe schon haben, dann lassen sie es mal wissen. Ich habe es nicht mitbekommen. Und wenn die die schon haben, dann war das halt auch wieder so maximals unspektakulär. Sodass man halt sagen muss, ja, macht halt aus dem Namen der Show halt wirklich nicht alle Ehre. Weil, Weißt du, was mein Problem mit den Ringen ist? Am Ende? Auch mit den Neuen, die dann geschaffen worden sind. Noch nicht mal, wie sie geschaffen worden sind. Das sah ja irgendwie alles auch ganz nett aus. Und man hat gesehen, dass Caleb Rimbor quasi seine Seele da rein gearbeitet hat. Und dass er wirklich auch Handwerkskunst aufbringen musste, um diese zu erschaffen, die Sauron vielleicht in dem Moment noch nicht hatte. Mein Problem ist eher, dass die ganze Serie die Ringe so darstellt und auch den, später, den Ring der Macht. Es fühlt sich gerade so an, als würde der eine Ring nur geschaffen werden, weil Sauron es mit den anderen Ringen verkackt hat. Also nicht, dass er immer den Plan gehabt hat, einen Ring zu schaffen, der sie alle kontrolliert, sondern er hat, es wurden die Elbenringe geschaffen, es wurden die Zwergenringe geschaffen, wo er seinen Einfluss drauf hat. Er hat irgendwie Einfluss auf die Neuen gehabt und die hat er am Ende alle nicht. Und deshalb, doch, jetzt am Ende hat er natürlich die Neuen irgendwie bekommen. oder hat er die? Hat er die nicht? Jedenfalls, auch wie Sauron hier dargestellt wird, es kommt mir so vor, als würde jetzt der eine Ring nur aus der Not heraus entstehen, weil er jetzt eine neue Idee braucht, wie er doch die Macht in Mittelerde an sich reißen kann, ohne dass die Elben und Zwerge ihm das ganz verhindern. Ja, das könnte man definitiv so lesen, habe ich jetzt nicht so verstanden, aber ich hatte da gar nicht so viel verstanden, von daher kann man das jetzt so sehen, ja, absolut, kann man das jetzt so sehen. Wie gesagt, mir fehlt halt immer noch die Gravitas der Ringe an sich, ich verstehe nicht, warum die so wirklich wichtig sind, da wäre halt einfach mal so eine kleine Animation ganz nett gewesen, irgendjemand, der an der Karte irgendwas teilt, sagt, guck mal, da oben ist der eine Ring, da steht die andere, keine Ahnung, oder irgendwas, was auf dem Spiel steht, ich habe halt keine Ahnung, was auf dem Spiel steht, ist halt alles einfach ein bisschen ein Konvolut und deswegen fand ich zwar die Geschichte rund um Kelly Brimboa dann auch ganz nett so und noch das Highlight der ganzen Sache und so wie du es auch gerade eben gesagt hast, das Gaslighting der Elben und so, das war auch alles schon ganz okay, sie sind zwar ein bisschen sehr treu doof, aber okay, gut, es muss dann am Ende auch irgendwann so ein bisschen passieren und dann ist es in Ordnung und ich finde die, was wir gerade, also während man die Galadriel-Darstellerin kritisieren könnte, aufgrund vielleicht auch des Materials, was sie bekommt, finde ich den, das Highlight für mich in dieser Staffel definitiv den, wie heißt er, Charles Edwards, den Kelly Brimboa-Darsteller, was der am Ende dann noch rausgehauen hat, war für mich die beste Darstellung in dieser Serie. Ja, auf jeden Fall, bin ich vollkommen bei dir. Bin ich vollkommen bei dir. Ja gut, dann gibt es ja dann diesen Kampf zwischen Galadriel und Sauron, wo er dann noch mal ab und zu doch mal den Gestaltwandler rausholt, wo man sich aber auch irgendwie so einen Morph-Effekt spart, sondern er rennt halt immer schnell hinter einen Stein. Das finde ich gut. Ich möchte nicht, dass Magie so gezeigt wird, wie er sich verändert, sondern die Magie soll ja hinterhältig sein. Gerade von Sauron ist die ja sehr tückisch und deshalb kann er, spielt er ja auch mit den, mit den Sinnes eindrücken und dann passt es dazu, hinter einer Säule taucht plötzlich gerade Ladriel vor sich selber auf. Also das fand ich schon, fand ich schon ganz nett. Vor allem ist das ja für sie dann auch, wenn man Staffel 1 und 2 so als Kreis nichts, um nicht zu sagen Ring betrachtet, ist es ja für sie auch ein Abschluss des Ringes, dass sie sich jetzt komplett, dass sie sich Sauron am Ende wirklich stellt und sich ihren Verfehlungen stellt und dann ihren eigenen Verfehlungen ins Gesicht schaut, also sich selber. Ja, na gut und am Ende, ja weiß ich, wo rennt der Sauron jetzt hin? Nach Numenor wahrscheinlich, um die anderen Ringe abzuliefern. Jetzt ist die Frage, was weiterhin passiert, weil, ah ja, Sauron, genau, haben wir ja, sollten wir auch nochmal ganz kurz drauf eingehen, Sauron und die Orks. Die Orks haben am Anfang der Staffel getötet, weil sie lieber dem Vater folgen wollten, weil er sie nicht gut behandelt hat. Ausgebeutet hat, dann behandelt Ada sie nicht, ja, dann ist Ada ein bisschen scheiße und beutet sie aus, also lässt sie alle ins Messer laufen und dann springen sie wieder hübsch zu Sauron rüber, ohne dass es wirklich einen Grund gibt, warum sie sich wieder Sauron anschließen sollten. Ja, weil das Drehbuch es so will. Ja, weil das Drehbuch es so will. Ja, genau. Gut, aber das wäre für mich der andere große Kritikpunkt. Wieso? Das kann ich nicht nachvollziehen. Wenn die Orks dann doch als Gesellschaft dargestellt werden sollen und als intelligente, eigenständige Wesen, wieso hüpfen die dann so stumpf zwischen diesen beiden her und wieso können sie dann Ada nicht irgendwie vergeben, weil Sauron, der wird ja sicherlich noch mehr Moks mit denen treiben, was man ja auch gesehen hat am Ende. Aber er geht jetzt hin und... Weil sie es müssen, story-wise und dann merkst du eben, dass du dann mit der Logik der Gewerkschaftsorg halt an deine Grenzen stößt, weil das dann nämlich nicht passt. das ist genau das Problem. Jetzt passt es halt eben nicht mehr. Genau. Und was macht Sauron am Ende? Ja gut, er hat Eregion dem Erdboden gleich gemacht. Jetzt ist er, wie wir den Elben in Bruchtal, wie wir da von denen verstehen, ist er jetzt noch auf dem Weg nach Lindon, um Lindon platt zu machen. und in der eigentlichen Geschichte müssten jetzt die Numenorer kommen und mithilfe der Elben und mithilfe der Elben Sauron erstmal platt machen, was sein Plan war, um nach Numenor zu kommen, um Numenor zu verderben. Und jetzt ist eine Vermutung auch von mir, was natürlich in diesen Lore der Geschichte von Linds of Power reinpassen würde, Wer glaubst du bekommt wohl einen der neuen Ringe? Denkst du nicht, dass vielleicht Pharrason einer der Nazgul werden wird? Ja, ich hab jetzt doch, ach so, ja stimmt, die Menschen werden ja zu den Nazgul, richtig, ja klar. Ja, der Pharrason ist ja jetzt schon so dargestellt worden, dass er natürlich begierig drauf zugreift, ohne Zweimannacht. Ja klar, logisch, ja klar. Und vielleicht nimmt sogar die blinde Tante einen, damit sie wieder sehen kann oder damit sie glaubt, weil sie dadurch ein Gegengewicht hat oder irgendwie so ein Kram. Muss auch jetzt so eine Frau Nazgul werden. Müssen noch da, müssen da noch eine Geschlechterquote reinbringen. Ja, dann sehen wir noch. Die Elben sind, durften nach Bruchtal Ja, ich wollte es gerade sagen, genau. Wenn die Sauern getötet wurde. Ja, das ist Teil der Geschichte. Elrond zieht sich zurück mit der Armee und baut die letzte Bastion in Bruchtal auf. Ich hatte mir ein bisschen, wenn sie noch mehr an die Filme rangegangen wären, dann hätte ich mir einen riesigen Wasserfall vorgestellt und nicht nur so ein Rinnsal, das da runter fließt. Aber sonst ein Bruchtal ist Bruchtal und die Elben geben sich nicht geschlagen und es hilft, ein Schwert zu ziehen und alle verstehen, was gemeint ist. Ja, und sie singen ein lustiges Liedchen. Jetzt lass uns noch ganz kurz nochmal zu den Zwergen hüpfen, die haben wir gerade eben vergessen, dann haben wir das auch abgeschlossen. Genau. Das fand ich am Ende des Tages von allen Storylines noch die, bei der ich am meisten nachvollziehen konnte und die ich am meisten verstehen konnte und die ich sogar durchaus ein bisschen unterhaltsam fand im Rahmen dessen, was ich da gesehen habe. Auch wenn der Konflikt jetzt von Durin versus Durin Junior, okay, ist alles schon so ein bisschen konstruiert, aber Bass schon ist in Ordnung. Ja, und dass der dann gegen den Ballrock dann kämpft, das war doch auch reiner Fanservice, oder? Und dann sind wir übrigens wieder bei der Optik. Dieser Ballrock sieht ja jetzt wirklich exakt genauso aus, wie der aus den Peter-Jackson-Filmen, also es muss zusammengehören. So. Ja. Just saying. Wie gesagt, man verkauft es indirekt als Vorgeschichte zu den Peter-Jackson-Filmen. Ja, ich habe ein Problem mit Casa Doom, mit Kompletten Moria. Ich bekomme den, die Größenverhältnisse davon nicht ganz mit. In Folge 14 wollen sie erst mit Wildurin erst mit der Zwergarmee rüber, um gegen die Orks in der Region zu helfen. Dann wird aber gesagt, nee, mein Papa, der gräbt weiter. Und Casa Doom besteht doch nicht nur aus diesem einen kleinen Stollen, in dem gegraben wird. Aus diesem einen kleinen Gang. Wir waren, wir haben diese riesigen Hallen gesehen, schon in dieser Serie. Wir wissen aus Herr der Ringe, dass es ein riesiges Bergwerk wird und nicht nur ein kleiner Stollen in dem gegraben wird. Und das, die Inszenierung von Casa Doom, damit habe ich ein Problem, dass eine kleine Zwergenfrau eine ganze Zwergenarmee aufhalten kann, dass sie nicht mehr weiter hier in den Gängen graben. Sie lässt ein paar Fledermäuse auf die Zwerge los und das war's. Also dieser Scale, dieses Epische geht für mich in dem Berg komplett verloren, weil es wirklich nur wie ein Schacht wirkt und mehr nicht. Und das war's. Wo kommt das Kettenhemd von Frodo her? Von Bilbo her? Wann haben sie angefangen, Mithril zu verarbeiten? Das sind natürlich erstmal so Sachen, die, klar, Fanservice, aber die Größenverhältnisse, die werden einfach nicht hier rübergebracht. Ein Gang wird aufgebrochen und dadurch wird der Balrog erweckt. Ist jetzt schon die Szene, entsteht jetzt schon die Szene, wo der Balrog die Zwerge aus Khazad-Dum vertreibt? Dann ist es wirklich enttäuschend. Oder fangen sie jetzt in der nächsten Staffel an zu graben? Ich weiß es nicht, also für mich fühlt sich Khazad-Dum nicht wie Khazad-Dum an, durch die paar kleinen Gänge, die wir bisher gesehen haben. Tja, nochmal, hinterfrag es nicht, auch hier, guckst du durch die Facebook-Gruppen und sagst, habt ihr den Balrog gesehen? Das war so episch. Oh, ich habe Kencherhaut gekriegt, als der Durin gegen den Balrog gekämpft hat. Ja, das war total super. Boah, du liest dir das so durch und denkst so, Alter, ihr seid doch wirklich für jeden, also, da musst du einfach nur den Balrog hinschmeißen und ihr kehrt drauf ab, dass das, wie du es gerade eben wunderbar dargelegt hast, halt vorne und hinten keinen Sinn macht und vor allem auch, spar dir doch das Monster noch ein paar Folgen, ja, aber wir mussten ja Durin Junior auf den Thron hieven, also musste Durin Senior sich opfern, warum? Keine Ahnung, keine Ahnung, also ich meine, hat er ernsthaft geglaubt, das er... Das stimmt ja übrigens von der Geschichte, dass der Durin Senior vom Balrog getötet wird, da geht er drauf, aber im Kontext, im gesamten Kontext macht das, wie du gerade schreibst, wie du gerade sagst, keinen Sinn. Genau, also der kann ja von ihm draufgehen, aber doch nicht in einem Selbstmordkommando, also, was? Also ich meine, er ist ja nicht... Und das soll ihn jetzt aufhalten, dass er nicht schnell durch den Gang hinterher... genau, er ist ja nicht Gandalf, der halt magische Kräfte hat oder so und wenn der Ring im Power gibt, dann weiß ich halt nicht welche. Die Ringpower, die ich jetzt gesehen habe, ist ja, er kann den Berg lesen. Ja, den hat er ja abgegeben. Stimmt, und den Ring hat davor... Ja, er hat den eigentlich nicht abgegeben, der Ring ist irgendwo im Geschütt, eigentlich lag der ja auf dem Boden, der Durin hat den ja nicht aufgehoben, der findet den natürlich zufälligerweise dann später wieder. Ja. Aber, naja, naja, was soll ich sagen? Es ist, also ganz ehrlich, während ich Herr der Ringe drauf würde ich überhaupt nicht weiter gucken, wäre ich schon längst raus. Das ist wirklich der einzige Grund, warum ich da noch dabei bleibe. auch weil, naja, ich sag mal, ihr hört es ja gerne und ihr möchtet ja auch gerne unsere Einstellung dazu hören und unsere Meinung dazu hören und habt sicherlich auch eine eigene und die würden wir dann natürlich auch gerne hören. Das heißt, ihr schreibt das am besten mal an info at nerdizismus.de oder eine WhatsApp oder Sprachnachricht an die 015259647709 und natürlich kommt ihr am 31.10. zum Nerdikrismus Halloween Edition. Das wäre das Beste. Dann können wir da nämlich live drüber reden und ich weiß schon, der Michael freut sich immer, wenn er bei dem Bier auf einer Party stehen und mal so richtig abnerden kann. Das ist nämlich so sein Liebste. Das hat er nämlich richtig gerne. Und von daher freuen wir uns natürlich, wenn euch das heute hier gefallen hat, noch über ein paar Sterne. und jetzt müssen wir noch ein bisschen warten. Wie lange gibt es schon ein Datum für die nächste Staffel 3? Wir sind noch nicht angefangen zu drehen. Die müssen erst mal, die bewilligen, die nächste Staffel. Vorher. Wir haben aber natürlich im Dezember vorher noch die Schlacht der Ruhrim, den Film, den wir uns anbauen können. Und war nicht noch irgendwas mit Gollum? War doch auch noch irgendwas, ne? Ja, die Filme müssen ja erst drehen. Die haben vor Gollum. Also, Game of Nerds geht auf jeden Fall weiter. Nämlich, wenn wir dann diesen Anime besprechen. Und bis dahin, hört doch mal was anderem rein. Es geht jetzt, glaube ich, dann auch jetzt. Ich weiß gar nicht, was steht denn so demnächst wieder? Hast du Joker schon gesehen? Nee, ich weiß aber auch nicht, ob ich ihn sehen will, wenn du dir gerade einen Metacritic-Score ansiehst. Und der hat den, glaube ich, schlimmsten Audience-Score eines DC-Films ever bekommen. Ich glaube, es ist noch nie vorgekommen, dass er einen DC-Film D-Score bekommen hat. Und das heißt nichts Gutes. Deshalb, ich werde mir wahrscheinlich antun, wenn er auf Video, wenn er irgendwie im Streaming da ist. Auf Video rauskommt. Ja, herrlich. Auf Video, genau. Wenn wir in die Videothek gehen und uns ihn uns angucken. Nein, also, bei uns kommt natürlich noch jede Menge raus. Es sind auch ein paar Dinge in der Mache gerade. Seid gespannt drauf. Und am besten ist, ihr kommt, da hört uns weiter. Und ihr kommt dann auch am 30.10. dann nach Essen. So, Michael, dir vielen Dank. Das war jetzt wieder was mit schönen Überlänge. Da habt ihr was. Und euch vielen Dank fürs Zuhören, weil wir es immer ja auch gemacht haben. Und ganz wichtig, bewerten, bewerten, bewerten und weiterempfehlen, weiterempfehlen, weiterempfehlen. In diesem Sinne, macht es dir auch. Bis dann. Tschüss. Ciao. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.